guten abend sehr geehrte damen und herren ich freue mich sie heute im namen der industrie und handelskammer nürnberg für mittelfranken hier in unserem haus der wirtschaft zu einer veranstaltung begrüßen zu können die für uns auch eine art premiere ist die wir nämlich gemeinsam mit unserem vierter ludwig erhard ivo zentrum für soziale marktwirtschaft und institutionen ökonomik auf den auf die beine gestellt haben ja und in der wir uns mit ihnen zusammen und mit ausgewählten protagonistinnen und protagonisten der frage widmen wollen mehr oder weniger home office wie sieht die arbeitswelt von morgen aus zunächst mein name ist udo raab ich leite in der ihk den geschäftsbereich standortpolitik und unternehmensförderung und ja die ökonomen im raum wissen der faktor arbeit das ist produktionsfaktor die unternehmen wissen zunehmend um die bedeutung von arbeitskräften als standortfaktor und von daher ist das thema home office bei uns auch in den großen themenzusammenhang fachkräftesicherung angesiedelt einfach als eine möglichkeit menschen fürs unternehmen zu gewinnen und ans unternehmen zu binden mit allen vor- und nachteilen auf die wir sicher noch ausführlich eingehen vor allem durch unsere podiumsteilnehmer ich begrüße auf dem podium ja ganz herzlich frau bangert von der datev herrn schlag designfunktion und als vertreter der wissenschaft herrn dr holz und herrn professor daud ifu institut und iab also münchen und nürnberg unter einem dach ja last but not least frau professor necker herzlich willkommen ich danke ihnen für den impuls zu der veranstaltung sie sind auf uns zugekommen und hatten gefragt wollen wir da nicht mal was gemeinsam machen damit befassen und sich unser beider institutionen die wissenschaftliche seite auf dem podium hatten sie uns auch noch mitgebracht was können wir da mehr tun als zu sagen danke für das angebot das nehmen da dankend an ja ich freue mich sehr geehrte damen und herren natürlich auch auf alle beiträge die dann im anschluss an die die an die podiumsrunde von ihnen allen auch kommen wir hatten die einladung bei unseren unternehmen gestreut bei unseren mitgliedsunternehmen in der hoffnung natürlich dass sie ihre erfahrungen ob positiv oder negativ zu dem thema home office und zur frage arbeitswelten von morgen wie schauen die aus dass sie uns die einbringen und hier diskutieren als kleine anregung dazu ich will auch das großwort nicht unnötig in die länge ziehen aber einfach ein paar subjektive beeindrücke die ich hier in der ihk so machen konnte im laufe home office kleiner rückgriff unser haus der wirtschaft ist in den jahren 2014 bis 2020 umgebaut und auf renoviert worden und als wir dann aus unserem ausweich quartier hierher zurück kamen das war im märz 2020 anfang märz dann hatten wir gerade hier noch so eine eröffnung die erste vollversammlung hier stattfinden lassen können wir in unseren neuen büros konnten gerade mal die umzugs kartons in die schränke verstauen und dann kam die pandemie und wir fanden uns alle außerhalb unserer neuen büros wieder so mein allererster eindruck beim wieder einziehen ja klasse jetzt sitze ich endlich mit meinen 25 leuten im geschäftsbereich auf einer ebene in einem gebäudeteil und muss nicht mehr wie vorher in einzelzellen auf drei stockwerke verteilt und in allen südost und nordteilen des gebäudes suchen dann der eindruck ja pro und wie machen wir das jetzt weiter wenn alle zu haus sein sollen dann konnten wir aber zum glück zurückgreifen zum einen sehr schnell auf ordentliche ausstattung technischer art und zum anderen auch auf die ersten erfahrungen so aus den home office möglichkeiten die wir vor der pandemie auch schon hatten hatten dann auch schnell mobile work vereinbarungen schließen können und dann waren wir in 2020 als wir mal so die technik im griff hatten und nicht jeder in den videokonferenzen das mikro offen gelassen hat sondern schön nacheinander gesprochen hat dann hatten wir gesagt hey das klappt doch irgendwann am ende von zwei jahren pandemie ja hatten wir gemerkt technisch klappt das schon aber so richtig kommunikativ zusammenarbeiten wie wir das gewohnt waren auch noch den ein oder anderen kunden mal live begrüßen da fehlt halt doch was und insoweit glaube ich war ich auch ganz froh dass wir jetzt seit ende letzten jahres so langsam auch wieder die gegenbewegung beobachten dass unsere an sich mögliche mobile work quote für 40 prozent gar nicht mehr so oft in anspruch genommen wird sondern dass sich die leute jetzt wieder ins büro begeben um sich dort zu treffen und auszutauschen und das ist so die erfahrung das hat zusammenarbeit mehr ist als allein das alle woche regelmäßig eine teamsitzung am monitor und auf anlass mal ein teams chat oder oder ein videotelefonat mit zwischen zwei home office arbeitsstätten führen da gehört eben auch dazu dass man einfach vor einem schreibtisch zum nächsten geht und ein problem ad hoc lösen kann ohne termin abstimmung da gehört dazu dass man sich auch mal an der kaffeemaschine über ein thema unterhält was vielleicht gerade in aktuellen stellungnahme wo es um eine werksansiedlung geht und wo man aber vielleicht aspekte aus verkehrspolitik umweltpolitik und halt der bauleitplanung miteinander mal betrachten muss all das funktioniert deutlich besser wenn man zusammen lebt wie weit geht das vergessen wir irgendwann das home office glaube ich jetzt nicht weil es bietet auch die vorteile dass man einfach um möglichkeiten verbinden kann arbeitsgelegenheiten hatten wir vorher so definierter schlag also dass man sich zu bestimmten konzentrationstätigkeiten vielleicht ganz gut im eigenen arbeitszimmer mal zurückziehen kann dass man vielleicht dann wenn das früh vorbei ist irgendwann mittags nordstermin wahrnehmen kann und am nachmittag ins büro kommt um dann die team abstimmung zu dem früh besprochenen noch zu machen also diese flexibilität das ist das was ich im moment am meisten schätze ja ist das für alle unternehmende lösung ich hatte als wir die anmeldung verschickt hatten eine reaktion von einem eingeladenen bekommen home office ich kann es nicht mehr hören kann man mit recht fragen reicht das eigentlich im jahr 2023 sich darüber zu unterhalten ja ich hatte gesagt wir wollen hier nicht einseitig ein home office verherrlichen sondern wir wollen durchaus möglichkeiten und grenzen aufzeigen in der diskussion darauf freue ich mich heute auch auf alles was aus dem thema rauskommt für die frage wie arbeiten wir denn morgen denn das ist auch ein teil von dem was uns als ihk natürlich bewegt einen ausblick auf die arbeitswelt in der zukunft zu bekommen und auf den ausblick bin ich auch gespannt wie schaut die arbeit in seiten von KI aus oder welche regeln brauchen wir denn da oder welche arbeitsgelegenheiten bieten sich dann hier im haus oder im home office all das schöne frauen vielleicht kommen wir in der diskussion dazu frau geißler frau necker ab jetzt glaube ich gehört das podium ihnen sie leiten frau geißler die diskussion aber vorher frau professor necker haben sie natürlich jedes recht hier die ihk dominanz zu brechen und seitens des ifo instituts zu begrüßen danke ihnen allen fürs kommen und anregende gespräche anregenden abend vielen dank herab genau diese gelegenheit möchte ich mir natürlich nicht nehmen lassen sie hier auch ganz herzlich im namen des ifo instituts willkommen zu heißen mein name ist wie gesagt sarah necker ich bin die leiterin des neu geschaffenen ifo zentrums für soziale marktwirtschaft und institutionen ökonomik in führt wir sind seit juni letzten jahres tätig in führt und haben die mission uns damit zu beschäftigen wie die soziale marktwirtschaft weiterentwickelt werden kann im lichte der großen herausforderungen denen wir gerade gegenüberstehen die großen herausforderungen da fallen ihnen sicherlich auch sofort viele ein klimawandel energiekrise demografischer wandel und so weiter dazu gehört natürlich aber auch die digitalisierung und deswegen heute abend dieses thema das home office hat ja den arbeitsmarkt fundamental verändert in den letzten drei jahren und wir wollen wissen was sind jetzt genau die veränderungen wir kennen die wissenschaftlichen studien dazu aus unserem hause natürlich aus von kollegen und als dieses thema aufkam haben wir uns gedacht wir wollen es gar nicht so akademisch machen wir wollen auch wissen was ist denn jetzt die realität und daher kam dann die idee mit der ihk hier zusammenzuarbeiten und ich freue mich sehr dass die ihk da sofort mit aufgesprungen ist dass wir jetzt heute abend diese gemeinsame veranstaltung hier haben und möchte sie gar nicht weiter lange hier verzögern sondern möchte übergeben an meine kollegin cornelia geißler die hier die moderation heute abend übernimmt und sie auch in alles weitere dann einweisen darf vielen dank für die einführung und für die begrüßung für die warme herab ich weiß nicht ob wir alle ihre fragen beantworten können also bei kai bin ich auch nicht so sattelfest muss ich sagen da wäre ich dann ein bisschen auf die expertise ihrer mitglieder angewiesen aber wir tun unser bestes ja ich möchte natürlich auch unsere zuschauer also erstens sie hier in der ihk ich bin auch habe gerade überlegt wann war ich zum letzten mal in nürnberg ich habe ja in bayreuth studiert also ich glaube es muss irgendwann um diese zeit gewesen sein wo ich zum letzten mal in nürnberg war obwohl es so nah in münchen ist ganz verrückt aber ich finde das ist ein ganz toller raum hier und freue mich sehr dass wir das hier machen können aber ich begrüße auch unsere zuschauer an den bildschirmen weil wenn wir schon über home office reden müssen wir natürlich auch hybrid unterwegs sein und schaffen es natürlich auf diese weise mit der veranstaltung noch mehr leute zu erreichen als sie die sich alle her bemüht haben aber die sicher her bemüht haben bekommen zusätzlich nach der veranstaltung noch einen kleinen empfang und können noch ein wenig netzwerken also da ist die physische anwesenheit natürlich doch ein vorteil darauf kommen wir aber später noch zu sprechen unser thema mehr oder weniger home office wie sieht die arbeitswelt von morgen aus ich freue mich unsere unser tolles und kompetentes panel hier heute zu begrüßen aber zuvor möchte ich gerne noch an sie an das publikum eine kleine frage stellen um einfach mal so eine standortbestimmung vorzunehmen wer von ihnen hatten vor corona schon regelmäßig im home office gearbeitet bitte um handzeichen na ja doch das sind schon eine ganze menge würde ich sagen okay nächste frage wer arbeitet jetzt jetzt nach corona regelmäßig im home office das sind fast alle bis dahinten in einer reise noch einige die nicht im home office arbeiten okay und von denen die heute im home office arbeiten wer arbeitet denn mehr als 50 prozent im home office oder wird es ganz dünn okay also so viel erstmal zu unserer kleinen stichprobe hier vor ort wir werden jetzt gleich sicherlich noch mehr erfahren ich darf unsere panelisten panelistinnen hier aufs podium bitten da hätten wir einmal julia bangert mögen sie kurz hier rauf kommen da haben wir ein plätzchen für sie vorgesehen sie ist coo bei der datev hier in nürnberg das unternehmen beschäftigt sich wie wahrscheinlich alle wissen mit wertschöpfungssteuer mit mit lösungen für business mit lösungen mit business software mit lösungen der kollaboration und und frau bangert ist unter anderem auch für das thema personal also hr zuständig und ich erhoffe mir von ihr dass wir zum einen etwas erfahren über das was in ihrem unternehmen in sachen home office passiert wenn ich das richtig mitbekommen habe sind sie da sehr weit vorne was diese home office lösungen angeht gewähren sehr viele freiheiten und und geben auch die technische und räumliche unterstützung dazu können sie gleich näheres dazu erzählen aber vielleicht wäre auch interessant wie ihre kunden damit umgehen soweit sie das wissen weil sie ja über die technischen lösungen die kunden im prinzip auch dazu befähigen solche dinge anzubieten vielen dank dass sie heute hier sind dann hätten wir noch herrn jürgen schlag darf ich sie auch bitten aufs podium zu kommen herr schlag ist geschäftsführer der designfunktion gmbh eine unternehmen was berät plant und auch einrichtet und zwar büros also ich rede jetzt nicht von home office sondern von den büros der firmen vor ort weil ja die frage bei allem home office auch ist was bleibt denn da noch übrig für die unternehmen was für ein ort soll so ein firmenstandort so ein büro was soll das sein was soll dort passieren was braucht man dafür und was für bedürfnisse werden an sie herangetragen und welche lösungen bieten sie an also das ist glaube ich das womit sich wahrscheinlich jeder von ihnen in irgendeiner weise beschäftigt sei es als nutzer der büros aber vielleicht auch derjenige die verantwortung trägt vielen dank dass sie heute hier sind ich möchte noch begrüßen professor wolfgang daut wenn sie auch kurz aufs podium kommen möchten bitte sie sind leiter des forschungsbereichs regionale arbeitsmärkte am institut für arbeitsmarkt und berufsforschung hier in nürnberg also vertreten die seite der wissenschaft und sind spezialisiert also ihr institut ist spezialisiert auf arbeitsmärkte arbeitsmarkt strukturen und sie beschäftigen sich damit was denn eigentlich für anpassungsprozesse ablaufen wenn sowas wie home office in unserer arbeitswelt trifft also was wie verändern sich strukturen wie verändern sich arbeitsmärkte wie verändert sich die mobilität und was bedeutet das dann wieder für die arbeitsmärkte also da bin ich auch schon gespannt drauf das ist ja eher die meta perspektive aber natürlich sehr wichtig und sehr interessant auch für zum beispiel stadtplanung aber vielleicht auch die frage wo bringe ich als unternehmen wo werde ich einen standort eröffnen was macht sinn und auch im kontext der fachkräftediskussion natürlich interessant und last but not least dr matthias dolz er ist stellvertretender leiter des ifo-zentrums für makroökonomik und befragungen und leitet auch bei uns am ifo-institut den aufgaben schwerpunkt ungleichheit und umverteilung er hat sich gemeinsam mit kollegen auch mit internationalen kollegen viel mit dem phänomen home office beschäftigt also wir am ifo-institut haben uns ja insgesamt schon schon weit vor der pandemie mit dem phänomen sehr stark beschäftigt und wurden dann während der pandemie tatsächlich mit anfragen überrollt also das war wirklich eine interessante entwicklung für ein thema was wir jetzt gar nicht vorher als so wichtig erachtet hätten und bei seiner forschung geht es darum wie verläuft die entwicklung zum beispiel in unterschiedlichen ländern was sind die motivationen dass man eben auch ein bisschen vergleichen kann kulturräume und andere praktiken die in anderen ländern üblich sind und dabei möchte ich gleich auch schon zu einem kleinen kurz vortrag überleiten es gibt nämlich eine ganz brandaktuelle studie und exklusive neue zahlen die sie als erstes erfahren von uns und die wird uns herr dolz jetzt kurz präsentieren dankeschön ja einen schönen guten abend auch von meiner seite freue mich hier heute abend zu ihnen sprechen zu dürfen und meine kollegin frau geist hat schon angekündigt ich möchte ein paar aktuelle zahlen präsentieren zur entwicklung des home offices gerade auch im internationalen kontext aber bevor wir in den internationalen kontext gleich wechseln werden vielleicht ein kurzer überblick wie hat sich denn die home office entwicklung in deutschland entwickelt und wenn wir uns mal anschauen die zeit vor ausbruch der corona pandemie da waren so rund zehn prozent der beschäftigten zumindest teilweise im home office und dann mit mit ausbruch der pandemie hat es eben großen sprung gegeben die zeitreihe die läuft jetzt hier nur bis bis juni 21 aber ich kann ihnen sagen sie verpassen da nicht viel weil der wert der hat sich im grunde haben stabilisiert also ich glaube den die letzten zahlen jetzt aus dem mai diesen jahres die waren so bei rund 24 25 prozent also das heißt aktuell arbeiten rund 24 25 prozent der beschäftigten in deutschland zumindest teilweise so ist die definition also nicht vollständig aber zumindest teilweise von zu hause die frage mit der wir uns beschäftigen und die wir heute abend hier gerne auch mit ihnen diskutieren ist wird das home office bleiben und wenn ja in welcher form das ist vielleicht gar nicht so klar wenn man darüber nachdenkt wir haben auch schon in den eröffnungs statements gehört viele arbeitsprozesse wurden digitalisiert wir haben alle gelernt mit teams oder zoom oder ähnlichen programm umzugehen vorurteile wurden abgebaut ich glaube es gab ein stigma gegen home office vor der pandemie working from home ist shirking from home ich glaube da hat das ein wandel gegeben die einstellung hat sich geändert möglicherweise haben sich auch für führungsstile sehr stark verändert ich denke da werden wir sicherlich heute abend hier auf dem podium auch einiges dazu hören aber es ist auch richtig wir wollen sozusagen hier keine werbeveranstaltung für home office machen sondern wir wollen sozusagen über trend entwicklungen sprechen und möglicherweise gibt es auch negative aspekte des home office wir haben schon gehört in vielen berufen ist die persönliche spontan möglicherweise auch spontane interaktion zwischen kolleginnen und kollegen ganz essentiell und das ist vielleicht einfach praktischer das spontan machen zu können und nicht erst umständlichen termin über über teams oder zoom vereinbaren zu müssen ich glaube wir haben auch alle mal davon gehört dass es sowas gibt wie home office müdigkeit gerade im verlauf der pandemie fünf tage die woche von zuhause zu arbeiten möglicherweise in einer kleinen beengten wohnung oder ich spreche aus eigener erfahrung mit kleinen kindern im haushalt wo vielleicht auch so die ruhe nicht immer so gegeben ist kann durchaus auch herausfordernd sein also insofern das ist ein sehr komplexes bild und die frage ist tatsächlich was können wir denn erwarten also wie sieht die zukunft aus und da versuche ich so ein paar aktuelle zahlen beizusteuern in welche richtung sich das entwickeln könnte zusammen mit dem internationalen forscherteam haben wir jetzt in den letzten jahren haushalts befragung durchgeführt international das heißt wir haben bisher drei wellen durchgeführt die erste im sommer 21 in 15 ländern dann die zweite welle anfang letzten jahres in 25 ländern und jetzt ganz am aktuellen rand und da werde ich jetzt auch einige zahlen gleich zeigen in 37 ländern zielgruppe wem befragen wir da das sind vollzeit beschäftigte personen im alter zwischen 20 und 64 jahren insbesondere jetzt die dritte welle glaube ich aber noch mal einen deutlichen schritt nach vorne gemacht ist ist tatsächlich also repräsentativ hinsichtlich alter und geschlecht waren auch schon die ersten beiden wellen und jetzt kann man aber auch noch mal einen deutlichen fortschritt gemacht also die befragung ist auch repräsentativ für jedes land sozusagen für die zielgruppe der vollzeit beschäftigten hinsichtlich der bildung das ist ganz ganz wichtig weil wir sehen dass home office für verschiedene berufsgruppen bildungsgruppen unterschiedliche rolle spielt ich kann das wird sich wahrscheinlich nicht überraschen wenn ich ihnen sage dass die bedeutung des home office insbesondere unter hochschulabsolventinnen hochschulabsolventen noch mal eine größere rolle spielt als in anderen personengruppen also insofern ist das ein ganz wichtiger aspekt genau wir wollen dieses survey fortsetzen das muss jetzt in zukunft nicht nicht ausschließlich sich um das thema home office drehen aber das war in der tat der fokus in diesen ersten drei wellen wo wir home office nutzung abfragen die wünsche der befragten also wie viele tage würden denn die befragten gerne im home office arbeiten wie viele tage sind denn vom arbeitgeber langfristig geplant solche fragen sind im survey aber auch einstellungen zum home office erfahrungen mit der tätigkeit im home office darum geht es in dieser haushalts befragung und hier jetzt eine erste zahl das ist jetzt gepoolt über alle länder über alle 37 länder in diesem survey und wie gesagt das sind jetzt hier am vollzeit beschäftigte mit einem abgeschlossenen bildungs also mit abgeschlossenen bildungsabschluss die haben also eine weiterführende schule besucht das könnten jetzt leute sein die eine berufsausbildung absolviert haben oder halt auch da sind auch hochschulabsolventen dabei und wir sehen hier im grunnen es gibt drei gruppen es gibt eine sehr große gruppe das sind die die im grunnen vollständig im unternehmen arbeiten im durchschnitt über alle länder sind das circa zwei drittel der befragten dann gibt es eine gruppe die im hybriden modell arbeit und ich vermute wir haben ja schon sozusagen meine kollegin vorgeist hat ja schon eine umfrage vorab gemacht dass auch sie oder viele von ihnen sich in dieser gruppe befinden das sind rund 26 prozent der befragten und es gibt rund acht prozent der befragten die vollständig von zu hause arbeiten wenn wir jetzt diese unsere stichprobe beschränken auf die befragten die abgeschlossenen hochschulabschluss besitzen dann gibt es recht starke verschiebungen dann wächst also der anteil derjenigen die im hybriden modell arbeiten so auf 36 37 prozent und auch der anteil derjenigen die vollständig von zu hause arbeiten ist größer rund zehn prozent home office ist ein globales phänomen mittlerweile also nicht nur in entwickelten volkswirtschaften sondern im grunnen rund rund um die erde in allen ländern in unserem server sehen wir dass die beschäftigten zumindest zum teil im home office arbeiten wir sehen jetzt sozusagen am aktuellen rand ist das so im durchschnitt ein tag pro woche auch hier wieder in anlehnung an dessen was ich was ich gerade gesagt habe wenn man das wieder beschränkt und sich speziell die gruppe derjenigen mit hochschul mit abgeschlossenem hochschulabschluss anschaut sind diese anteile höher wir sehen wenn wir jetzt ein bisschen so den internationalen vergleich uns anschauen die werte die sind am höchsten so im angelsächsischen raum usa kanada das vereinigte königreich dann im grunnen im nordeuropäischen bereich und da würde jetzt auch deutschland dazu zählen somit hier mit 1,1 home office tagen pro woche und ist die die zahlen die durchschnittszahlen sind jetzt hier durchschnitte die sind am geringsten im asiatischen bereich das ist die frage mit der wir uns in unserer forschung beschäftigen und ich denke die wir auch heute abend diskutieren werden warum ist das hybride modell beliebt also es ist jetzt ja nicht ganz klar ich hatte das eingangs gesagt dass wir wie das neue gleichgewicht am arbeitsmarkt aussieht also es hätte auch sein können dass wir sozusagen in die zeit vor corona zurückgehen und alle wieder fünf tage die woche im unternehmen arbeiten ein punkt den man hier anführen kann ist dass die arbeitszufriedenheit in diesem hybriden modell also teilweise von zuhause arbeiten teilweise im unternehmen eine große rolle spielt und da möchte ich ihnen einige evidenz zeigen das ist jetzt aus den vorherigen zwei wellen unseres service wo wir im grunnen so was wir eine zahlungsbereitschaft für eine tätigkeit im home office erhoben haben also ganz konkret haben wir die leute gefragt wenn sie die möglichkeit hätten zwei bis drei tage die woche im home office zu arbeiten würde das sozusagen einer gehaltserhöhung gleich kommen oder einer gehaltsreduzierung und wir sehen hier im durchschnitt über diese länder in den ersten beiden wellen geben die befragten an dass das im grunnen einer gehaltserhöhung in höhe von fünf prozent entspricht also es gibt eine zahlungsbereitschaft letztendlich dafür im home office zu arbeiten deutet darauf hin dass das home office und insbesondere dieses hybride modell beliebt ist dann ein weiterer aspekt wir haben die befragten gefragt wie würden sie denn reagieren wenn ihr arbeitgeber ankündigen würde dass sie im grunnen zum nächsten monat fünf tage die woche wieder im unternehmen arbeiten müssten also das sind jetzt die befragten geht zumindest teilweise im home office arbeiten und da gibt dann doch ein relativ erheblicher anteil der befragten an dass sie sich nach einem neuen job umschauen würden der ihnen eben die möglichkeit gibt zumindest teilweise von zu hause arbeiten zu können rund 26 prozent im durchschnitt geben geben das hier an was sind die hauptvorteile des home office das ist jetzt wieder aus der aktuellsten befragung und wir sehen hier im durchschnitt über alle länder dieser dritten welle rund 60 prozent der befragten geben an dass die wegfallende panelzahl für sie der hauptvorteil ist also wenn man sich anschaut im durchschnitt one way sind das so im durchschnitt in deutschland zum beispiel rund 30 minuten sind 60 minuten am tag pendelzeit das ist natürlich ein erheblicher zeitgewinn der durch entsteht in einem anderen forschungsprojekt haben wir untersucht und auch die teilnehmerin des service gefragt wie sie denn die zeit verwenden und da geht auch ein teil der arbeitszeit zumindest laut den angaben der teilnehmerin in die arbeit rein kommt das führt kommt gleich vielleicht so ein bisschen spielt diesen aspekt der produktivität im home office auch an und dann gibt es weitere aspekte also die befragten konnten bis zu drei gründe annehmen bis zu drei vorteile des arbeitens im home office und weitere aspekte die hier genannt werden ist man einsparung von benzin flexibilität im arbeitsalltag solche dinge die sie vermutlich nicht überraschen werden und parallel was sind die hauptvorteile des arbeitens im unternehmen die wichtigsten aspekte die hier angesprochen werden ist einfach der austausch mit kolleginnen und kollegen und auch einfach genau die zusammenarbeit vor ort das sind die beiden haupt genannten gründe aber auch so ein aspekt ich denke das ist auch sehr wichtig eine klar also viele menschen zumindest eine klare trennung zwischen arbeit und und freizeit ein zweiter aspekt und der wird in der tat in der wissenschaft sehr kontrovers auch diskutiert und da gibt es verschiedene studien mit verschiedener evidenz dazu ist die frage wie schaut es denn mit der produktivität im home office aus deswegen habe ich da jetzt auch erst mal ein fragezeichen dran gesetzt also ich glaube dass das hybride modell die arbeitszufriedenheit fördert ich glaube das ist gesichert ich das können wir so sagen was die produktivität angeht muss man differenzieren um was für eine tätigkeit ist sich handelt ohne da jetzt zu sehr ins detail gehen zu wollen aber ihnen auch hier möchte ich ihnen ein bisschen evidenz zeigen aus unserem survey hier haben wir die befragten gefragt wie sie denn ihre produktivität im home office einschätzen und jetzt kommt es wichtig relativ zu ihren erwartungen vor der pandemie und viele hatten eben auch diese erfahrung im home office vor der pandemie eben nicht und das gibt ein sehr klares bild also im grunde genommen sind ist ein großteil der befragten positiv überrascht von ihrer produktivität im home office ich glaube wir haben alle gelernt sozusagen oder viele haben gelernt dass man im home office zumindest für bestimmte tätigkeiten durchaus sehr produktiv arbeiten kann 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 man sagen ja gut das ist klar dass die das sagen weil sie arbeiten gerne im home office dann kann man das natürlich auch einfach mal so behaupten dass man da wahnsinnig produktiv ist stimmt das denn überhaupt und dass das vielleicht jetzt nicht so ganz weit hergeholt ist das verdeutlicht ihnen jetzt die nächste folie was wir hier was sie hier sehen ist im grunde zusammenhang zwischen den von dem arbeitgeber geplanten home office tagen und zwar nach ab nach der pandemie also im grunde jetzt wie viele planen das haben wir die befragten auch gefragt wie viele tage plant denn ihr arbeitgeber dass die im home office arbeiten können das sehen sie auf der y-achse und auf der x-achse sehen sie eben diese produktivitäts überraschung also wie die befragten ihre eigene produktivität einschätzen relativ zu ihren erwartungen vor ausbruch der pandemie und wir sehen hier einen positiven zusammenhang dass dieser positive zusammenhang der gilt in unserem gesamten sample aber ganz wichtig der gilt wirklich in jedem der 27 untersuchten länder der ersten und zweiten welle unsere surveys das heißt je produktiver oder je positiver die befragten ihre produktivität im home office einschätzen desto mehr home office tage werden ihnen auch von den arbeitgebern angeboten was darauf hindeutet dass es da keinen kompletten mismatch gibt zwischen zwischen den eigenen einschätzungen der produktivität der befragten und den einschätzungen der arbeitgeber so viel dazu und ich würde jetzt gern überleiten und ich denke wir können jetzt einige punkte diskutieren super vielen dank erst mal vielleicht gleich die erste frage an sie was war denn für sie jetzt im hinblick auf diese forschungsergebnisse am überraschendsten ja die forschung ist ja nicht ganz neu also beschäftigt mich jetzt ja schon seit einiger zeit mit den themen ja also wenn man jetzt sagen wenn ich jetzt an die anfangszeit zurückdenke als wir angefangen haben uns mit dem thema zu beschäftigen ist schon auch überraschend zu sehen wie gut diese umstellung funktioniert hat das ist ja schon massiver wechsel sozusagen der arbeitskultur für viele beschäftigte aus einer präsenz kultur fünf tage im unternehmen dann diese abrupte wechsel in den lockdown phasen wirklich fünf tage die woche an von zu hause zu arbeiten dass diese umstellung da hat sicherlich gewackelt sagt man oder sozusagen es ist nicht immer alles gleich von anfang an glatt gegangen und es hat auch eine gewisse anpassungsprozesse sicherlich gegeben aber dass das doch sehr gut funktioniert hat ich glaube dass es sozusagen ein ein vielleicht überraschendes und jedenfalls eine sehr wichtige erkenntnis ein sehr großes erzwungenes soziales experiment haben wir glaube ich mal geschrieben oder genau genau herr professor daut das ist ja jetzt etwas was sagen wir mal über strukturwandel nachdenkt noch relativ jung ist aber können sie trotzdem schon etwas beobachten was das home office mit räumlichen strukturen aber auch mit arbeitsmarkt strukturen gemacht hat man so ganz global galaktisch gesprochen in meiner forschung interessiere ich mich insbesondere für das berufliche pendeln also die tatsache dass praktisch niemand heutzutage dort arbeitet wo sie oder er wohnt als arbeitsmarkt ökonom kann ich den beruflichen pendeln ziemlich viel abgewinnen denn je weiter ich pendle desto größer ist der radius oder andersrum je weiter ich bereit bin zu pendeln desto größer ist der radius an firmen die ich erreichen könnte und je mehr firmen ich erreichen kann desto höre ist die wahrscheinlichkeit dass ich genau zu der firma finde die gut zu mir passt also dass wir reden dann von einem guten match dass eben die bewerberin der bewerber und die firma möglichst gut zusammenpassen das heißt als ökonom bin ich erstmal ein großer freund davon dass wir auch in der lage sind relativ weite wege zurückzulegen zwischen firma und wohnort individuen sind es allerdings anders es gibt auch viele nachteile des beruflichen pendeln wir müssen bloß mal an schadstoffemissionen denken oder auch an einfach der zeit die darauf geht wenn ich jeden tag ins auto im auto sitzen muss oder in der in der u-bahn in der straßenbahn sitzen muss das home office bietet uns jetzt das beste aus beiden welten jetzt kann ich jetzt bin ich theoretisch in der lage auch für eine firma zu arbeiten die relativ weit von meiner wohnung entfernt liegt und trotzdem muss ich nicht die negativen aspekte des pendelns eingehen genau das finden wir auch in unseren daten wir können in unsere in den den forschungsdaten des iab den wohnort und den arbeitsort praktisch aller aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten nachvollziehen in den aktuellen daten die wir uns zur verfügung stehen sehen wir die gemeinde und können sehen pendeln personen über eine gemeindegrenze hinweg oder pendeln sogar in eine weiter entfernt liegende gemeinde der trend zum pendeln ist in den letzten jahren angestiegen wir wir sehen das so seit 2000 ungefähr gab es einen stetigen anstieg bis 2015 dann ist es stagniert seit 2021 ist das ist die pendeln ist dann zweiter angestiegen das heißt seit der corona pandemie ist die entfernung zwischen wohnort und betriebsort noch mal deutlich angestiegen allerdings nur in jenen berufen die sich auch fürs mobile arbeiten überhaupt eignen das deutet daraufhin personen sind flexibler geworden und machen auch von dieser flexibilität gebrauch sie suchen sich jetzt firmen die besser zu ihnen passen aber eben weiter entfernt liegen als wie sie es vorher getan hätten das klingt ja super also gerade für für bayern wo ja viele firmen ich sag mal auf dem flachen land sind also ich denke jetzt an den mittelstand ihre mitgliedsunternehmen die haben ja jetzt plötzlich ein unglaubliches potenzial an arbeitskräften oder sehe ich das falsch das war die große hoffnung mit der wir an unsere forschung rangegangen sind dass auf die art auch firmen in weniger attraktiven regionen sag ich mal die in der peripherie angesiedelt sind jetzt dann auch einen großen pool an fachkräften theoretisch akquirieren könnten tatsächlich sind es die zunahme der pende entfernungen oder der entfernung zwischen wohnort und arbeitsort ein phänomen das wir eigentlich nur im umkreis von großstädten beobachten können das ist in aus amerika ist tatsächlich schon bekannt da wird es der donut effekt genannt wir finden also nicht dass es ein phänomen ist das wirklich flächendeckend stattfindet sondern sind jetzt personen die im umkreis von großstädten und zwar im weiteren umkreis von großstädten wohnen und jetzt eher einen job annehmen wo die firma in der großstadt liegt was wir aber nicht finden ist der gegenläufige effekt dass personen die im umkreis von großstädten wohnen eher zu einer firma gehen die die in der peripherie angesiedelt ist okay soweit eine erwartung die sich nicht ganz erfüllt hat ich meine die entwicklung ist jetzt in dem sinne noch nicht am ende erwarten sie da eine verstetigung des trends er oder gibt es auch noch chancen dass sich das anderweitig entwickelt wir schauen gespannt auf die daten des jahres 2022 die wir erst ende diesen jahres bekommen werden und dann werden wir sehen ob dieser trend anhält wenn wir lernen alle weiter und also eine vermutung vielleicht können sie mir die bestätigen oder widerlegen ist dass firmen in größeren städten bei vielen entwicklungen vorreiter sind und möglicherweise ist es auch der grund dass hier mehr möglichkeiten zu mobilen arbeiten gegeben sind dass sie auch die arbeitgeber eher bereit sind das mobile arbeiten zuzulassen während firmen in der peripherie eher konservativ sind und vielleicht von den möglichkeiten die sich da bieten würden einfach keinen gebrauch machen aber wenn sie die chancen sehen dass ich hier eben auch möglichkeiten bieten fachkräfte zu akquirieren dass sie dann vielleicht mit ein bisschen zeitverzug umdenken insofern bin ich gespannt was wir jetzt dann in der aktuelleren daten wir auch sehen können da sollten wir doch vielleicht mal den experten fragen der sich mit kunden dieser art beschäftigt herr schlag sie sind ja gefragt wenn jemand jetzt genau so eine fragestellung hat nämlich wie gestalte ich denn jetzt eigentlich meinen arbeitsort wenn die leute aus dem home office arbeiten haben sie da viele kunden aus dem flachen land sozusagen oder ist es momentan eher so dass die in den städten sagen muss es werden langsam mehr grundsätzlich ist es so dass es darum geht wie sich ein unternehmen organisiert und wie man diese organisation dann umsetzt also sprich welche arbeitsgelegenheiten stelle ich den meinen mitarbeitern zur verfügung und dann gibt es schon große anwender in der region die auch schwierigkeiten haben personal zu finden die mittlerweile umdenken und sagen ich muss auch home office anbieten aber ich muss auch third places anbieten und ich muss auch an meinem arbeitsort unterschiedliche arbeitsgelegenheiten anbieten was sind denn da so die zentralen herausforderungen die an sie ran getragen werden wenn es um die umgestaltung jetzt geht also die größte frage ist wie kriege ich die menschen wieder ins büro das ist tatsächlich vor allem auch in den großstädten die frage wir haben viele kunden die haben tatsächlich nur noch 20 prozent anwesenheit und versuchen jetzt nach corona menschen wieder zurück ins büro zu kriegen und das versucht man eben dadurch dass man stärker in die gestaltung geht andere dinge anbietet wir kommen aus einer welt wo durchschnittlich 9,8 tätigkeiten immer an diesem einen schreibtisch stattgefunden haben und stellen heute eigentlich fest naja das kann ich eigentlich woanders auch das kann ich im home office auch und man fängt an eben andere arbeitsgelegenheiten anzubieten mehr auch arbeitsgelegenheiten um sich mit menschen auszutauschen weil fremde menschen lade ich nicht zu mir nach hause ein auch kollegen nicht unbedingt also es findet viel mehr interaktion in den unternehmen statt das heißt es wird umgerüstet so dass ich eben im unternehmen wieder die richtige arbeitsgelegenheit vorfinde und auch die unternehmens dna tanken kann also ein ganz starkes thema ist das thema marke im raum also wie präsentiere ich denn meine fläche und wie nimmt der mitarbeiter denn meine unternehmens dna wahr und wie schaffe ich es denn eben genau das was vorhin schon durchgeklungen ist diese teambildung auch wieder hinzukriegen wie kriege ich zu hause im home office nicht hin da entferne ich langsam des unternehmens aber wenn ich eben ins unternehmen kommen und eine gute gestaltung habe und meine menschen wieder finde dann wird es gut und deswegen ist es für mich gar nicht so wichtig wie viel home office vorgegeben wird sondern die frage ist die arbeitsgelegenheit zu finden die dann eben für home office geeignet sind und für den einen der vier kinder hat ist es sicherlich etwas anderes was er zu hause tun kann für den der vielleicht alleine ist und ruhe zu hause ein bisschen ist das ja das was man so mit unternehmen wie google verbindet die ja schon immer sich sehr darum bemüht haben sozusagen ihren unternehmen eine art heimat und spielfläche vielleicht sogar in den unternehmens zentralen oder an den standorten zu bilden ist da jetzt ein unterschied zu dem was google früher schon gemacht hat nicht wirklich google oder auch wenn man microsoft nimmt jetzt in münchen und die organisieren sich schon sehr lange anders also da gibt es schon vertrauens arbeitszeit vertrauens arbeitsort es gab auch bei microsoft die überlegung vor corona das büro überhaupt abzuschaffen weil sie sagen zu uns wo sie vorher waren da kommt gar keiner mehr haben dann aber eben über eine mitarbeiterumfrage festgestellt wenn wir näher an die stadt rangehen also wenn wir besser erreichbar sind wenn wir die richtigen arbeitsgelegenheiten anbieten dann kommen die auch wieder und die haben auch ihre quote von 20 prozent auf über 50 prozent gesteigert also das büro wird wieder genutzt jetzt wo sie sind nur die organisieren sich anders und das müssen jetzt mittelständische unternehmen halt noch lernen also microsoft hat zum beispiel halt eine persönliche zielvereinbarung und das heißt ich muss ihn gar nicht da haben zwingend also es ist eine ganz andere führungskultur also die führung muss lernen und das ist auch so eine erfahrung in unseren projekten dass wenn wir mitarbeiter befragen sagen die oft uns geht der prozess zu langsam die führungskräfte sagen es reicht so es geht schnell genug und da muss man eben ja ein bisschen darauf achten dass man führungskräfte mitnehmen ihnen die möglichkeit und die skills gibt mit dieser neuen situation dann auch zurechtzukommen und die mitarbeiter entsprechend zu fördern in dem neuen welt hin führungskultur ist ein gutes stichwort frau bangert sie haben gesagt im vorgespräch bei ihnen hätte vor corona eine sehr starke präsenzkultur geherrscht und jetzt ist es im prinzip genau das gegenteil können sie ein bisschen beschreiben was genau das gegenteil heißt weil sie sind ja im prinzip ein mittelständisches unternehmen kann man sagen also sie sind sozusagen die nächste welle oder sie sind ganz vorne bei der nächsten welle also in der tat war es bei uns so dass vor corona eigentlich die die präsenz der normalzustand war und die kultur war auch man ist da und man ist vor ort und wer da sitzt der arbeitet auch und wir haben das war natürlich auch wie alle anderen gezwungen von einem tag auf den anderen mehr oder weniger unsere menschen ins home office zu bringen das hat auch technisch gut geklappt weil wir glücklicherweise auch die ausstattung hatten so dass wir relativ unkompliziert auch aus dem home office arbeiten konnten und es gab vorher immer wieder diskussionen bei uns ist es früher nicht home office berechtigung sondern remote berechtigung also welche tätigkeiten kann man denn auch aus datenschutz gründen ist bei uns wirklich ganz wesentlicher aspekt denn überhaupt von zu hause aus machen und da gab es natürlich viele sorgen und ängste corona hat uns gezwungen dass praktisch alle tätigkeiten die man von zu hause aus machen konnte auch dort gemacht haben und wir haben gemerkt das funktioniert und man muss dazu noch eines sagen wir wir stellen software her und zwar für steuerberaterinnen steuerberater und wirtschaftsprüfende berufe und rechtsanwältinnen und rechtsanwälte und während corona kam im prinzip da geht natürlich beispielsweise auch um die software mit der die gehaltsabrechnung stattfindet und wer sich erinnert alle paar wochen kam im prinzip eine neue gesetzliche regelung und die mussten wir zusätzlich zu dem was wir sowieso vorher schon tun mussten in unseren produkten umsetzen das heißt wir hatten noch nicht mal die gleiche arbeitslast wie vorher sondern wir hatten eine deutlich erhöhte arbeitslast und einen unheimlichen druck und ich glaube tatsächlich dass diese krisensituation die dabei diese kombination aus corona auf der einen seite und das wissen wir sind eine genossenschaft das ist noch mal was anderes das heißt auch das wissen dass unsere mitglieder davon abhängig sind dass wir diese dinge in den in der software umsetzen das hat eine unheimliche kraft entfesselt und eine wahnsinnige energie und das hat extrem gut funktioniert also es hat viel viel besser funktioniert als wir uns das vorgestellt hatten und dann kam ja irgendwann der tag wo es hieß naja jetzt dürfen menschen wenn sie denn geimpft sind wieder in die büroräume und das war dann der punkt wo wir schon sehr früh überlegt haben was wollen wir denn weil die fragen kamen sofort muss ich wieder ins büro darf ich ins büro es waren auch ängste da ist jetzt wieder alles wie vorher müssen wir 45 tage die woche zurück und es sind natürlich auch private dinge passiert viele haben sich einen hund gekauft in der zwischenzeit und 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 haben sich auch irgendwo eingerichtet mit der situation und wir haben dann mit unserem betriebspartnern zusammengesessen und haben überlegt okay wir brauchen schnell eine betriebsvereinbarung und dann saß man da und haben überlegt okay was ist denn jetzt richtig ist es denn wir haben gesagt dazu die hälfte irgendwie was ist denn jetzt die hälfte wenn jemand im schichtbetrieb im druck arbeitet funktioniert nicht oder in der betriebsgastronomie funktioniert nicht und gleichzeitig haben wir gesagt naja wenn jemand software entwickelt das test der wahrscheinlich wenn eine ruhige arbeitsumgebung hat zu hause gut aufgehoben das heißt wir haben gesagt egal welche regelung wird pauschal treffen ist sie immer für eine berufsgruppe falsch und deshalb haben wir gesagt wir probieren es mal ganz offen das heißt wir haben gesagt alle haben die möglichkeit einen teil ihrer arbeit von zu hause aus zu erbringen wir haben diesen teil nicht definiert das kann ein tag im monat sein das kann fünf tage die woche sein und das team entscheidet also nicht die führungskraft sondern das team entscheidet untereinander wie es am besten arbeitet weil auch wenn ich ein neues thema habe dann macht es sinn ich bringe die leute zusammen wenn ich neue menschen im team habe dann macht sinn ich bringe die vor ort zusammen also noch nicht mal nur abhängig von der tätigkeit und wir haben einfach gesagt egal was wir pauschal entscheiden wird das immer nur falsch sein und wir haben gesagt wir sind mutig wir probieren das und wir haben es bis jetzt nicht bereut also wir sehen dass auch bei uns hat die anwesenheit nimmt langsam etwas zu aber sie pegelt sich so ein bei ich sag mal nach auslastung unserer gebäude von 30 bis 40 prozent und wir haben auch unsere mitarbeitenden befragt und die sagten wenn sie sich aussuchen können wollen sie im schnitt circa drei tage zu hause arbeiten also deutlich also über die hälfte zu hause arbeiten und wie gesagt es funktioniert gut auch mit höhen und tiefen also meiner meinung nach ist wir haben noch keinen normal zustand wir haben noch keine langzeiterfahrung wir merken auch dass es wichtig ist dass teams regelmäßig reflektieren wie sie arbeiten um dann gegebenenfalls anzupassen oder auch zu sehen funktioniert das eine hybrid oder nicht und auch darüber zu reden und das ist auch eine kompetenz die sowohl im team braucht wie auch bei den führungskräften immer wieder zu reflektieren zu verstehen dass ich das das arbeiten auch die nächsten jahre noch verändern wird ja sehr spannend also ich sehe sie sind noch sehr offen und beobachten die entwicklung ich weiß nicht vielleicht ist das ein guter moment wo ich noch mal mich gerne ans publikum richten würde wir haben jetzt was über die daten gehört über die wissenschaftliche seite teilweise auch schon über gestaltungs grundsätze und auch schon mal ein beispiel ich weiß nicht wollen sie vielleicht an die panelisten zu diesem zeitpunkt schon mal eine frage stellen in bezug auf da ist schon eine frage genau wolf mazer mittelständische unternehmer hier aus nürnberg ich greife das thema von jürgen schlag noch mal auf mit der führungsverantwortung frage an sie frau bangert oder auch an die beiden herren inwieweit ist führungsverantwortung für mitarbeiterinnen mitarbeiter die im home office sind eine andere anders gestaltet bis hin zu abrechnungssystemen als die leute die vor ort sind hat sich da was geändert oder ist im endeffekt beides das gleiche also natürlich ist das thema führen auf distanz immer eine eine herausforderung weil vermeintlich glaubt man wenn jemand da sitzt dann arbeitet er auch in der zeit und zu hause kann ich das ja nicht kontrollieren das heißt wenn ich eine klassische führungsvorstellung habe dann fällt mir das extrem schwer das heißt es geht um vertrauen weniger um kontrolle es geht aber auch darum die beschäftigten zu ich nenne es mal zu ermächtigen dass sie das auch können dass sie sich auch trauen dass sie auch eben wissen wo ist denn der geeignete arbeitsort für meine tätigkeit ja also wir haben auch irgendwann das thema activity based working eingeführt und wir haben gemerkt dass das muss man wirklich lernen weil wenn man 20 jahre lang gesagt bekommt da ist dein schreibtisch und das ist deine arbeit und jetzt kommen wir her und sagen pass mal auf wir haben hier eine bibliothek die kannst du nutzen wenn du still arbeiten möchtest wir haben hier den raum wenn du irgendwie collaboration ist also wir hatten irgendwann fünf verschiedene arbeitsräume toll gedacht aber bis das auch wirklich genutzt werden kann da müssen teams begleitet werden das müssen führungskräfte auch lernen und das eben anwesenheit nicht gleich leistung ist ist auch was was man ich sage mal durch corona deutlich gemerkt hat aber insofern ja es ist ein anderer anspruch weil die frage ist auch und das ist eine frage die selten diskutiert wird wie mache ich denn in zukunft karriere also wie bin ich denn überhaupt sichtbar wenn ich im home office arbeite wie funktioniert potenzial identifikation das sind einfach themen mit denen man sich gerade im personalbereich und natürlich auch mit den führungskräften auseinandersetzen muss. Mein Name ist Matthias Heinke ich veranworte bei der Hypovereinsbank hier das Firmenkundgeschäft in Nordbahn. Ich habe zwei Fragen einmal Herr Schlag, Sie hatten vorhin gesprochen davon von veränderten Skills bei Führungskräften. Welches sind es aus ihrer Sicht diese veränderten Skills und die zweite Frage an Sie Frau Bangert, Sie hatten gesagt dass Sie die Entscheidung für die Homeoffice Entscheidung in die Teams gegeben haben, das heißt die Mitarbeiter haben für sich entschieden. Was hat das mit den Führungskräften gemacht und was ist da entstanden? Ja also nehme ich den Ball auf den Verbanker, das ist einmal dieses vertrauensbasierende führen und zum anderen eben dieses führen nach Zielen, also weil eben der Mitarbeiter nicht mehr da ist, muss ich Ziele vereinbaren, die ich auch feststellen kann gemeinsam mit dem Mitarbeiter und damit komme ich eben in die Situation, dass ich einmal Vertrauen haben muss, dass er auch wirklich arbeitet, wenn ich ihn nicht sehe, aber gleichzeitig auch eine Methode finde, wie der Mitarbeiter selber, aber ich auch als Führungskraft sehen kann, ob er seine Ziele erreicht. Also uns war wichtig, dass das Team sich untereinander abstimmt, weil wir haben gesagt, in dem Moment, wo die Führungskraft das entscheidet, wird es immer irgendjemandem nicht passen und uns war wichtig, dass die Menschen sich wirklich damit auseinandersetzen, wie sie arbeiten. Auch das war nicht ganz trivial, auch da haben wir Unterstützungen angeboten. Wie komme ich denn eigentlich zu so einem Ergebnis? Was ist denn, wenn neun Leute sagen, wir treffen uns einmal die Woche und der oder die Zehnte sagt, nee, ich komme aber nur alle vier Wochen. Also wie geht man mit solchen Situationen um? Das heißt, wir haben einfach, unsere Idee war, dass das Team am besten weiß, wie es arbeitet. Wir haben auch tatsächlich in unserer Betriebsvereinbarung einen Eskalationsmechanismus, wo wir gesagt haben, wenn das Team sich nicht einigen kann, dann darf die Führungskraft auch entscheiden. Und es gibt natürlich auch gewisse Anlässe, wie beispielsweise Mitarbeitendengespräche, wo wir gesagt haben, also da wünschen wir uns schon, dass die auch face-to-face stattfinden. Bislang gab es diese Eskalation offiziell noch nicht. Ich glaube, keiner wollte da der Erste sein, bei dem das nicht funktioniert. Also insofern muss ich sagen, insgesamt funktioniert es gut, aber natürlich auch mit Höhen und Tiefen. Also wir haben schon auch festgestellt, dass es am Anfang war so der Maximalkonsens, okay, wenn einer von zehn nur einmal im Monat kommt, dann treffen wir uns halt nur einmal im Monat. Das ist aber nicht die richtige Lösung. Also wir haben gesagt, macht nicht den Maximalkonsens, nur damit ihr Ruhe habt, sondern diskutiert wirklich, was braucht es, was funktioniert. Ich persönlich habe beispielsweise, ich habe ursprünglich mit meinen direkten Mitarbeitenden, wir haben es am Anfang versucht, ein hybrides Meeting zu machen und haben festgestellt, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, ein paar sind vor Ort, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, pass auf, das ist einmal im Monat, das ist vor Ort, das ist nicht hybrid. Also insofern, es ist auch tatsächlich ein Lerneffekt und aus meiner Sicht ist noch ein Aspekt vor allem bei Führungskräften wichtig. Ich habe eine Panel-Diskussion gehört mit Satya Nadella, mit dem CEO von Microsoft. Und der hat gesagt, Führungskräfte müssen Event-Creator werden. Und das fand ich wahnsinnig klug. Also nicht darum, irgendwie eine Party zu machen, aber Anlässe zu schaffen, wo die Menschen einen Mehrwert sehen, ins Büro zu kommen, also indem ich mein Team treffe oder oder. Und das schaffe ich meiner Meinung nach nicht, wenn ich sage, ihr müsst alle zwei Tage die Woche ins Büro kommen, weil dann bin ich auch nicht gleichzeitig und sitze dann da vor dem Video. Macht auch irgendwie wenig Sinn. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Punkt. Anlässe schaffen, dass die Mitarbeitenden sagen, hey, wenn ich da hingehe, da kriege ich Informationen, da habe ich Austausch, da sind dann alle da. Und das macht dann Sinn. Ich könnte vielleicht noch ergänzen, wir haben jetzt ja schon viel über das hybride Modell gesprochen. Ich glaube, da ist auch noch mal ganz wichtig zu sagen, dass es natürlich verschiedenste Ausgestaltungen des hybriden Modells gibt. Also eine ganz wichtige Frage ist sicherlich, gibt es eine Koordination auf Präsenztage oder lässt man die Beschäftigten eigenständig entscheiden? Man könnte vielleicht argumentieren, es spricht schon auch was für das Thema Koordination. Also der Mehrwert, einfach ins Büro zu kommen, ist einfach, ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort sind und das habe ich eben nur, wenn ich sozusagen zumindest eine gewisse Koordination habe. Aber es bringt sicherlich auch wieder Nachteile mit sich, weil einige dann unzufrieden sind und das ist gerade der Tag, wo es vielleicht persönlich nicht so gut reinpasst. Aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, sozusagen, wie koordiniert man Präsenztage, wie koordiniert man Homeoffice-Tage? Und gerade diese spontane Interaktion kommt eigentlich dann zustande, wenn ich weiß, oder der Mehrwert ist da, wenn ich weiß, meine Kolleginnen und Kollegen sind auch vor Ort. Ein anderes Thema ist Karriere. Also die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter im Homeoffice ist sicherlich nicht so sichtbar. Ich glaube, das muss man auch ganz klar so sagen. Und mein Co-Autor, der Nick Blum aus Stanford, der, glaube ich, mit sehr vielen Unternehmen auch spricht, empfiehlt Führungskräften de facto an vereinbarten Homeoffice-Tagen auch im Homeoffice zu sein. Einfach eben, um grundsätzlich dann nicht den Anreiz zu schaffen, wieder in diese alte Präsenz sozusagen reinzufallen. Also, ja, es gibt ganz viele Aspekte und hybrides Modell ist nicht gleich hybrides Modell. Es gibt einfach sehr viele Ausgestaltungen, wo, glaube ich, jedes Unternehmen für sich schauen muss, wie kann man es am besten umsetzen. Genau, an der Stelle würde ich gerne nochmal unseren Arbeitsmarktexperten mit einbeziehen. Karriere ist, glaube ich, jetzt schon ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, es gibt Studien darüber, dass zum Beispiel weniger Beförderungen bei Menschen stattfinden, die im Homeoffice oder mehr im Homeoffice arbeiten. Haben Sie noch andere Strukturveränderungen bemerkt, die sich durch diese verstärkte Homeoffice-Nutzung ergeben haben bereits? Also ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es den Effekt gibt es tatsächlich. Also es gibt eine prominente Studie, die sich die Personen randomisiert in Gruppen eingeteilt hat, ob sie von zu Hause aus arbeiten oder mobil arbeiten. Man hat festgestellt, die Leute im Homeoffice sind produktiver geworden, das war jetzt eine spezielle Gruppe an Leuten und wurden gleichzeitig seltener befördert. Also das ist tatsächlich eine große Herausforderung für Führungskräfte, dass man hier auch seine Leute im Blick haben sollte. Die Forschung ist sich ziemlich sicher, dass ein wesentlicher Vorteil des Präsenzarbeiten tatsächlich die Kommunikation ist. Und zwar jetzt nicht einfach nur die Übertragung von Informationen, weil das kann ich über Zoom oder über E-Mail auch machen, sondern die Übertragung von Ideen, von diesem unterschwelligen Wissen, von Best Practices und auch das ist ziemlich gut beforscht. Es gibt eine Studie, die weit vor Corona gemacht wurde, da hat man sich ein Gründerzentrum in den Vereinigten Staaten angeschaut, in dem vor allem Software-Startups gearbeitet haben. Und das Gründerzentrum, das hatte einen Wasserschaden und dann mussten wirklich 100 von diesen kleinen Startups umziehen in ein anderes Gebäude und wurden quasi zufällig neu angeordnet. Und dann hat man sich den Code von diesen Firmen angeguckt, weil der da geschrieben wurde und man hat tatsächlich gesehen, dass Personen, die am selben Stockwerk gesessen sind, Ähnlichkeiten in dem Programmcode aufgewiesen haben. Also haben tatsächlich, die haben miteinander geredet, wahrscheinlich am Teekocher oder sowas und haben dann ihr implizites Wissen übertragen und sind dadurch, haben sich gegenseitig bereichert. Das kann keine Führungskraft so richtig steuern, sondern das sind genau diese Begegnungen, die uns kreativer und damit auch ein Stück weit produktiver machen. Und das Interessante ist, dass dieser Effekt hat tatsächlich schon im Treppenhaus aufgehört. Also wenn die Personen dazu ein Stockwerk überwinden mussten und dann quasi in eine andere Teeküche gegangen sind, dann hat dieser Effekt nicht mehr stattgefunden. Und hier reden wir aber von Personen, deren Job prädestiniert dafür ist, zu Hause gemacht zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, was Sie tatsächlich unterschätzen. Wenn wir einfach nur den Individuen die Gelegenheit geben, selber zu entscheiden, was kann ich am produktivsten zu Hause machen, was kann ich am produktivsten im Büro machen, dann unterschätzen die selber, dass es eben auch diese Spillovers gibt. In der Ökonomie reden wir dann von externen Effekten. Also dieser positive Effekt der Büroarbeit geht über den Effekt hinaus, den das einzelne Individuen für sich selber spüren kann. Und auch den Effekt sollten wir aber zumindest als Führungskräfte mit auf dem Schirm haben. Eines der politischen Themen, die immer mal wieder auf die Agenda kommen, ist ja auch, Frauen stärker am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Wie sieht es denn da aus mit Effekten durch Homeoffice? Also grundsätzlich sehen wir, dass Frauen näher am Firmenstandort wohnen oder andersrum, dass der Arbeitsort von Frauen näher an der Wohnung liegt, als es bei Männern der Fall ist. Also diese Tendenz, ich bin bereit, weiter zu pendeln und dann auch den passenderen Job zu finden, ist tatsächlich eher ein männliches Phänomen, weil meistens hat dann die Haushaltsarbeit oder die Betreuungsarbeit doch eher Sache der Frau ist. Und auch hier bietet das mobile Arbeiten natürlich eine Chance, dass Frauen jetzt auch quasi die Kinderbetreuung und das Arbeiten unter einen Hut kriegen können, weil sie eben, weil das Pendeln entfällt. In den Daten haben wir es interessanterweise noch nicht gesehen. Also wir sehen nicht, dass diese Tendenz, dass Jobs, die nach der Corona-Pandemie neu geschlossen wurden, dass die bei Frauen tendenziell jetzt noch weiter weg liegen als bei Männern oder dass dieser Anstieg der Distanz bei Frauen ausgeprägter wäre. Hier ist dieser Effekt tatsächlich gleichmäßig für Männer und Frauen ausgeprägt. Ja, da gibt es eine Frage. Nee, das ist für die Aufzeichnung, es ist schon wichtig, dass Sie das Mikro nehmen. Dankeschön. Ich glaube, die Frage geht eher an den Herrn Daut, vielleicht mal so um David's Advocate zu spielen. Inwiefern nutzen Leute Homeoffice als Alimentierung? Man kann sich genauso vorstellen, dass Leute nicht nur eine höhere Möglichkeit haben, mehr Firmen als potenziellen Arbeitgeber wahrzunehmen und dann eben weiter pendeln und das als diesen positiven Effekt zu nutzen, sondern auch bei einer gegebenen Firma zu arbeiten. Ich bleibe da als Arbeitnehmer, ziehe aber weiter weg und alimentiere dadurch mein Homeoffice für weiter. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob Leute auch weiter wegziehen bei gegebenem Arbeitgeber oder ob man das aus der Firmensicht, also das Gefühl hat, dass Leute das als Alimentierung nehmen. Es gibt diese Regeln und ich versuche das zu vermeiden, so weit wie möglich ins Büro zu kommen. Und also so eine Art Mitnahmeeffekt, Freeriding, es gibt ganz unterschiedliche Begriffe für dasselbe, Alimentierung. Also nicht zu ungut, aber wie Sie das ausdrücken, ist mir das ein bisschen zu negativ besetzt. Also als Ökonom habe ich so etwas wie den Homo economicus im Sinn. Der sein Verhalten darauf auslegt, was den größten Nutzen stiftet. Und ich als Arbeitnehmer habe eben verschiedene Einflüsse auf meine Nutzen. Das eine ist das Gehalt, das ich bei verschiedenen Firmen erzielen kann. Und dann eben so dieser negative Nutzen, also die Schmerzen, die ich dadurch empfinde, dass ich pendeln muss. Und was dann auch mit reinspielt, sind die Kosten des Wohnens und die Annehmlichkeiten, die ich am Wohnort habe. Und daraus aus diesem Bündel schnöre ich dann das, was letztendlich für mich optimal ist. Und vor Corona war es eben doch so, dass man eher näher am Job gewohnt hat, weil man eben nicht fünf Tage die Woche so weit pendeln wollte. Und dann war es dann vielleicht auch eine Kombination, die nicht optimal war, weil man eigentlich auch gerne eher so im Grünen wohnen würde. Und durch das Homeoffice kann ich jetzt einfach das nochmal neu eruieren und kann überlegen, ob ich mich vielleicht nicht wohler fühlen würde, weiter weg zu wohnen. Und dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass die Personen eben weiter wegziehen. Wir finden das auch, allerdings in deutlich geringerem Maße als den Effekt, dass die Arbeitsorte weiter weg liegen. Das liegt einfach daran, dass die Kosten für mich, seien es monetäre Kosten, aber auch soziale Kosten des Wechsels des Arbeitsplatzes sind deutlich geringer als die Kosten eines Umzugs. Wenn ich mir eine neue Wohnung suchen muss, dann ist das doch nochmal deutlich schwieriger. Das heißt, es gibt diesen Effekt, dass tatsächlich Personen weiter wegziehen, einfach weil sie wissen, ich kann jetzt ins Grüne ziehen, kann ein größeres Haus haben, aber er ist deutlich kleiner. Herr Dolz, Sie hatten dazu auch noch einen Gedanken. Ich kann das im Grunde genommen bestätigen, was Herr Daut gesagt hat. Also wir haben eine Befragung durchgeführt von 18.000 Menschen in Deutschland, wo wir sie nach den Wohnortpräferenzen gefragt haben, aber auch, ob sie im Homeoffice arbeiten. Und was wir in der Tat sehen in den Daten ist, dass Personen, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, eine deutlich höhere Umzugswahrscheinlichkeit aufweisen. Und wir haben da so verschiedene Umzüge unterschieden. Also wir sprechen jetzt nicht nur Umzug von innerhalb von Nürnberg oder von München, sondern grundlegende Umzüge. Also aus der Großstadt hinaus in den Vorort. Und das haben wir jetzt sehr stark gesehen in den letzten Jahren, dass tatsächlich Personen, die teilweise im Homeoffice arbeiten, mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit eben aus der Großstadt rausziehen, eher in die Vororte rein. Genau, aber wie wir vorhin gesagt haben, eben nicht, wie wir möglicherweise gehofft haben, dass die Unternehmen im platten Land profitieren, sondern tatsächlich nur der Speckgürtel von München, Nürnberg, Augsburg oder so. Das ist richtig, genau. Wenn Sie sich erinnern, gerade auch zu Beginn der Pandemie, die Spekulation führt die Pandemie dazu, dass sich der ländliche Raum revitalisiert. Gibt es eine Flucht von der Stadt aufs Land? Das haben wir so in unseren Daten zumindest nicht feststellen können, sondern eher in die Vororte rein. Wenn man bedenkt, dass die Leute dann vielleicht dann doch noch zwei Tage, drei Tage die Woche ins Büro fahren, dann ist das wahrscheinlich auch irgendwie die vernünftige Lösung, um eben die Pendelzeit sozusagen noch einigermaßen zu minimieren. Ja, weil wir wissen, Pendeln, wir haben jetzt auch schon viel über das Thema Pendeln heute auch gesprochen, das ist auch sehr gut dokumentiert und erforscht. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie negativ Pendeln auf die eigene Lebenszufriedenheit wirkt. Also das ist, ja, lange Pendelwege sind sehr schmerzhaft, sind natürlich einfacher zu verkraften, wenn ich es nicht fünf Tage die Woche machen muss, sondern vielleicht nur ein oder zwei Tage. Herr Schlag, mich treibt noch eine andere Frage um. Also die DATEV ist ja nun ein Unternehmen, was, glaube ich, sehr viel Büroarbeit hat und kein in dem Sinne produzierendes Unternehmen ist. Bei produzierenden Unternehmen stelle ich mir das mit der Gestaltung des Arbeitsortes, ehrlich gesagt, noch schwieriger vor, weil Sie müssen ja irgendwie vermeiden, dass da so eine Art Zweiklassengesellschaft entsteht, jetzt unternehmensstrategisch gesprochen. Aber wie setzt man das denn dann um in der Arbeitsplatzgestaltung? Also grundsätzlich hängt es ja immer davon ab, was ich leisten kann und nicht leisten kann. Also wenn ich jetzt unsere Unternehmen nehme, wir haben Monteure, die können Homeoffice sehr schwer machen, sind aber auch die Menschen, die sehr gerne montieren. Also die haben noch nie gesagt, ich möchte auch Homeoffice machen, weil die möchten eigentlich raus, die möchten das tun und waren eher ein bisschen traurig, als es durch die Gesetzeslage dann auch mal irgendwie ein, zwei Wochen nicht ging. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn man so in die Zukunft guckt, wird es auch in den Fertigungsthemen und den Fertigungsbetrieben schon auch einen Wandel geben, weil KI wird kommen, ich werde zukünftig Maschinen auch von zu Hause führen können und damit kann das dort durchaus auch passieren, dass man darüber nachdenkt. Und man kann immer auffordern, das macht Spaß. Wir haben auch einen Laden, also wir haben Wohnen auch und da sagt man ja auch, na gut, das ist ein Ladengeschäft, da kann ja niemand ins Homeoffice gehen. Wir haben es ausprobiert. Und dann haben wir gesagt, jeder kriegt einen Tag Homeoffice, weil er hat ja eh immer Dinge abzuarbeiten und wenn er die in Betrieb abarbeitet, sagt er, oh, ich werde immer gestört, komme in den Kunden rein. Dann organisiert es doch mal so, macht die Planung so, dass ihr einen Tag Homeoffice habt. Und war auch total spannend, weil dann auch die gleichen Fragen, wie bei unseren Kunden ja auch passieren, was macht er jetzt zu Hause, arbeitet er jetzt wirklich, weil er ist ja eigentlich im Laden und hat ja eigentlich seinen Betrieb und sein Tun, sein Verkaufen im Laden, was macht er jetzt zu Hause, hat aber das Team total befruchtet und zu sagen, hey, das ist cool. Aber ja, es geht nicht überall, es geht nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, da wird sich in der Zukunft schon noch viel tun durch Technik, KI, da gibt es Möglichkeiten. Also ich meinte jetzt eigentlich weniger, wie wir die produzierenden Arbeiter ins Homeoffice kriegen, sondern wie, vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, wie Sie für ein produzierendes Unternehmen sozusagen den Arbeitsplatz umgestaltet haben, wo dann eben sowohl die White Collars als auch die Blue Collars davon profitiert haben, hoffe ich. Also grundsätzlich konzentrieren wir uns natürlich auf die Bürowelten in Betrieb ein bisschen, die Bürowelten auch in der Produktion, auch dort ist man mittlerweile ein bisschen freier, aber Kernpunkt ist schon eher die Bürowelten selbst, die dort gestaltet werden. Und dann setzen wir ja die Vorgaben der Unternehmen um, also unsere Aufgabe ist ja nicht, wir sind keine Unternehmensberater, sondern wir stoßen den Prozess an und setzen um, was das Unternehmen zulässt. Und dort sind es eben, wie soll ich sagen, so vorsichtige Versuche, also wir haben gerade im Umland, das ist kein produzierendes Gewerbe, einer der größten Händler für Musikgeräte, der war beispielsweise am Anfang völlig gegen Homeoffice, obwohl er Corona erlebt hat, hat sich dann aber durch die gemeinsame Arbeit eben entwickelt, dass man dort etwas sanfter wurde und mehr Homeoffice zugelassen hat. Und aber ist in dem Falle sehr stark mit der, nicht der Produktion, aber mit dem Versand eben abgeklärt, dass wir sagen, immer die genügend Menschen da sind, die der Versand wiederum zur Rücksprache braucht. Haben Sie denn, Frau Bangert, auch schon umgebaut? Wir haben schon ganz oft umgebaut. Also jetzt im Hinblick auf diese neue Situation, meine ich. Also wir haben in der Tat mehrfach umgebaut. Wir haben ein großes Gebäude, unseren IT-Campus an der Fürther Straße, kennen vielleicht manche hier im Raum, das ist ein Gebäude, das wir 2015 gebaut haben und das ist das Gebäude, das wir schon am häufigsten umgebaut haben. Und manche sagen, das gibt es doch nicht, dass wir dieses, also innen drin vor allem. Wir haben angefangen, ich sage mal, ich sage jetzt das böse Wort Großraumbüro, das war so das Erste, was wir hatten. Wir haben es Open Space genannt, das war ein bisschen schicker, aber faktisch haben wir gemerkt, dass die Leute, also gerade die konzentriert arbeiten mussten, da einfach viele Störungen hatten. Wir haben dann nach und nach angepasst, wir haben ein Thema Activity-Based Working eingeführt, also verschiedene Zonen für verschiedene Tätigkeiten. Wir haben also viel verändert, aber trotzdem hatten alle noch ihren Arbeitsplatz. Also ich hatte meinen Schreibtisch mit Bild vom Hund, von der Frau, vom Mann, wie auch immer. Und wir haben dann gesagt, die, wann, gerade jetzt nach Corona, zu welchem Zweck gehe ich ins Büro? Gehe ich wirklich zum Alleinarbeiten, um in Ruhe zu arbeiten ins Büro? Das werden manche machen, die vielleicht kleine Kinder zu Hause haben, aber in der Regel gehe ich ins Büro, wenn ich Kollaboration brauche, wenn ich Teammeetings habe, wenn ich Veranstaltungen habe. Das heißt, wir haben wieder unsere Räume verändert, wir haben mehr große Konferenzräume, wenn man so möchte, die man aber auch sehr flexibel gestalten kann. Also wo ich mir Mobiliar unterschiedlich zusammenstellen kann. Und wir haben tatsächlich ganz viele Räume unterschiedlich möbliert und haben die Menschen auch, am Anfang waren es wirklich Striche auf einem Post-it machen lassen, wie oft sie diesen Raum nutzen, also was ihnen da taugt, was ihnen nicht taugt. Und insofern muss man sich da wirklich rantasten. Also der erste Versuch funktioniert vielleicht, aber selten. Und wir haben wirklich nach und nach geguckt, was sind denn die Bedürfnisse? Und ich muss sagen, allein daran, dass auch die Anwesenheit in den Bürogebäuden aktuell steigt, zeigt mir, dass das richtig war. Und wir haben beispielsweise auch eigene Coworking Spaces bei uns eingebaut. Und ich sage manchmal scherzhaft, es sieht eher aus wie in einem Fünf-Sterne-Hotel im Empfang als in einem Büro. Aber das ist genau das. Da ist der Barista, den man sich wünscht. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Man kommt mit Leuten zusammen. Gerade diese Zufallsbegegnung, der Austausch, das ist etwas, was uns total wichtig war. Wo wir gesagt haben, gerade um Innovation voranzutreiben, braucht es das. Und wir haben gesagt, wir bieten zwar eine große Freiheit, aber wir wollen keine, ich sage mal, keine Optimierung des Individuums, sondern wir wollen eine Optimierung unseres Gesamtsystems. Und deshalb war es uns wichtig, eben da gute Angebote zu schaffen. Man liest ja gerade in der Zeitung oder hat es in den vergangenen Monaten gelesen, dass ausgerechnet die großen Softwareunternehmen, sei es jetzt Google oder Microsoft, ich glaube, Twitter waren die Ersten, die es gesagt haben, relativ harsche Methoden an den Tag legen, um die Leute wieder ins Homeoffice, nein, ins Office zurückzubekommen. Herr Dolz, Sie haben vorhin auf dem einen Slide gezeigt, dass den Leuten die Arbeit im Homeoffice also tatsächlich auch ökonomisch etwas wert ist. Jetzt kommen da so die ersten Nachrichten, dass man sozusagen auf Gehalt verzichten soll, um Homeoffice arbeiten zu dürfen. Was ist denn davon zu halten? Genau, vielleicht erst zu dem Aspekt der Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zurück in das Büro versuchen zu bekommen. Ja, ich glaube, man muss auch da schauen, von wo die kommen. Also in den USA ist dieses Modell, ich hatte diese drei Typen, voll im Unternehmen, Hybrid, voll von zu Hause. Also der Anteil in den USA der Beschäftigten, die vollständig von zu Hause arbeiten, ist nochmal deutlich höher als in Deutschland, das ist da deutlich verbreiteter. Und die kommen von dort. Und da ist jetzt die Bestrebung, so ist zumindest meine Lesart, die Beschäftigten zum Teil wieder zurück in die Unternehmen zu bekommen. Also im Grunde genommen aus dieser dritten Kategorie, die ich gezeigt hatte, voll von zu Hause in das hybride Modell. Also es geht nicht darum, von einigen Ausnahmen abgesehen, ich glaube, es gibt so Personen wie Elon Musk, die ganz klar sagen, fünf Tage vor Ort, sonst funktioniert es nicht. Aber es sind, glaube ich, aus meiner Sicht eher die Ausnahmen, also dort versucht man im Grunde genommen eher so in dieses hybride Modell reinzukommen. Aber also angesichts der Tätigkeit, die diese Leute ausüben, wenn man ja annimmt, dass Programmieren schon irgendwie eine kreative Tätigkeit ist und natürlich auch bei Unternehmen wie Apple oder so Produktdesign, würde ich sagen, ist auch eine höchst kreative Tätigkeit. Sind das nicht eigentlich genau die Dinge, die wirklich vor Ort passieren müssen? Ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig zu berücksichtigen, dass dieses hybride Modell im Grunde genommen auch erfordert, den eigenen Arbeitsalltag sozusagen zu überdenken. Und das ist, glaube ich, jetzt schon gelegentlich hier in der Diskussion auch schon angesprochen worden, dass man tatsächlich sehr genau überlegt, welche Tätigkeit kann ich besser von zu Hause ausführen und für welche Tätigkeiten fahre ich ins Büro. Und da geht es sozusagen für die Organisation insgesamt und für jeden einzelnen Angestellten tatsächlich darum zu überlegen, was kann ich am besten. Und das ist klar, sozusagen jetzt als Wissenschaftler würde ich sagen, ich kann sehr gut von zu Hause in Ruhe was schreiben, aber für die Meetings, für die Spontantreffen fahre ich ins Büro. Und da muss man, glaube ich, sozusagen, das erfordert auch eine Neuausrichtung des eigenen Arbeitsalltags, sozusagen dieses Modell zu implementieren. Herr Daut, bitte. Ich möchte diese Entwicklung auch nochmal aufgreifen, weil ich total fasziniert davon bin, dass wirklich genau diese Tech-Firmen im Silicon Valley so stark darauf pochen, ihre Leute wieder zurückzuholen. Jetzt muss man mal bedenken, die sind alle in einem relativ kleinen Radius angesiedelt. Das Silicon Valley, der Großraum San Francisco, das ist die Region in den Vereinigten Staaten mit den höchsten Immobilienpreisen. Wenn Sie einen Job im Silicon Valley angeboten bekommen, tun Sie es nicht, gehen Sie da nicht hin. Es wird sich für Sie nicht lohnen. Die Immobilienkosten da fressen den gesamten Lohn auf, den Sie da mehr verdienen als in einer anderen Region, in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland. Das wissen die Firmen aber auch. Die wissen, dass die einen enormen Fachkräftemangel haben, allein daher, weil eigentlich keiner dort wohnen will, wo sie angesiedelt sind. Und deswegen bin ich immer noch fasziniert, dass genau die Firmen, die ja auch diese Jobs anbieten, die man eigentlich von woanders machen könnte, dass die nicht auf diesen Zug aufspringen, dass die eben nicht Third Places anbieten und sagen, okay, ich mache jetzt nochmal eine Niederlassung irgendwo in Colorado auf, wo es auch schön ist, aber nicht so teuer, dann können ja ein paar Leute da arbeiten und dann eben in die Hauptzentrale Telecommuten. Nee, das Ganze findet nicht statt, sondern die pochen darauf, dass man eben wieder zumindest hybrid auch in Präsenz arbeitet. Und das zeigt wiederum, wie stark, wie mächtig diese Effekte sind, wie wichtig es ist, eben zumindest einen Teil der Woche auch in Präsenz zu arbeiten und sich gegenseitig zu begegnen. So, da waren noch zwei Wortmeldungen, der Herr im blauen Blazer und der Herr hinten im orangenen T-Shirt. Also Guido Feldhaus ist mein Name. Ich stehe dem Thema Homeoffice durchaus positiv gegenüber, bin auch selber im Homeoffice. Ich habe noch eine kurze Frage, die über das Thema so ein bisschen hinausgeht, aber mit dem Thema auch sehr viel zu tun hat. Wir hatten ja gerade gesagt, ein Drittel, grob gesagt, nutzt Homeoffice zumindest zeitweise und zwei Drittel der Gesellschaft gar nicht. Sagen wir mal, Leute, die Pakete ausfahren, Krankenschwester und weiß der Kuckuck was. Jetzt kann ja der Eindruck entstehen, das ist meine Frage an die Wissenschaft, ein Drittel der Gesellschaft, also gesellschaftlich gesehen optimiert das Leben immer weiter, macht es immer bequemer, in Anführungsstrichen. Und zwei Drittel, naja, müssen weiter so als zugespitztes Arbeitsproletariat hier uns dem einen Drittel dann dienlich sein. Macht das auch was mit der Gesellschaft, wenn sozusagen die einen sich immer weiter optimieren und die anderen das nicht können, oder hat das gar keine Effekte in dieser Richtung? Also ich kann mir, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dass es ja tatsächlich diese Tendenz gibt, wenn man erst mal zu Hause gearbeitet hat, dann will man das auch weiterhin tun und wäre sogar bereit, sich in den anderen anderswohin zu bewerben. Das kann natürlich auch auf Personen zutreffen, die eben einen Job haben, der nicht von zu Hause aus ausgeführt werden kann. Ich meine, wir leben in einer Zeit des Fachkräftemangels und der auch noch deutlich zunehmen wird. Das heißt, einerseits kann es diesen Effekt geben, diese Unzufriedenheit von Personen, die eben nicht von zu Hause aus arbeiten können und eine Möglichkeit ist, dass die mit den Füßen wählen und sich dann eben nach neuen Jobs umschauen, die man eben doch von zu Hause aus machen kann. Das heißt, einerseits kann es vielleicht so eine Schere in der Gesellschaft verstärken, es kann aber auch einfach dazu führen, dass Fachkräfteengpässe in bestimmten Branchen noch zunehmen werden. Ich würde gerne ganz kurz ergänzen, denn auch wir haben nicht nur Menschen, die Software entwickeln und im Büro sitzen, sondern wir sind beispielsweise auch eine der größten Druckereien in Deutschland, weil bei uns einfach ganz viele Gehaltsabrechnungen auch gedruckt werden. Und das ist was, was im Dreischichtbetrieb stattfindet. Und für uns war natürlich schon auch die Frage, haben wir da intern dann eine Zweiklassengesellschaft? Denn es kam natürlich relativ schnell die Forderung, auch während Corona, ja im Homeoffice, da habe ich Kosten, da muss ich meinen eigenen Strom, ich muss tatsächlich bei uns das Essen im Büro günstiger und besser als das meistens zu Hause ist. Insofern war da eigentlich relativ schnell die Frage, ja zahlt uns doch einen Zuschuss fürs Homeoffice. Und da haben wir gesagt, ja Moment, also ich kann das nachvollziehen, ja da entstehen Kosten, aber ich kann ja nicht das Homeoffice belohnen und diejenigen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, im Prinzip dafür bestrafen. Wir haben uns im Ergebnis darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, die kriegen beide einen Zuschlag. Die einen kriegen für etwaige Kosten, mehr Kosten im Homeoffice und die anderen dafür, dass sie vielleicht höhere Aufwände haben fürs Pendeln. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch wichtig ist, dass man als Arbeitgeber darauf achtet, dass man das nicht schürt, sondern dass man sagt, das sind alle wichtig, weil das Unternehmen funktioniert nur, wenn alle wirklich ihren Beitrag leisten. Da ist keiner mehr wert als der andere. Und insofern ist es, glaube ich, da sehr wichtig, sehr achtsam damit umzugehen. Vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung dazu. Also es ist jetzt schon sehr viel Wichtiges gesagt worden. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung dazu. Ein weiterer Aspekt ist, zumindest noch Hoffnung, ich habe das so in den Daten noch nicht gesehen, dass natürlich auch, also einerseits gibt es diesen trennenden Effekt, manche können im Homeoffice arbeiten, andere einfach nicht. Andererseits kann Homeoffice auch sozusagen Inklusivität stärken, indem zum Beispiel benachteiligte Gruppen, Menschen mit Behinderungen, möglicherweise einen einfachen Zugang in den Arbeitsmarkt finden. Das ist auch nochmal ein weiterer Aspekt des Homeoffice, der möglicherweise eine Rolle spielt. Bartosz Molker, bei einem der größten IT-Systemhäuser hier in Nürnberg. Ich möchte nicht nennen welches, aber eine Frage an Sie, Frau Bangert, auch aus dem Kommentar von Herrn Schlag, die Thematik, ja, Führungskräfte, neuer Führungsstil und sonstiges. Die Führungskräfte waren ja in einer gewissen Art und Weise Präsenz und sonstiges sozialisiert. Was haben Sie getan? Also die Thematik ist ja ein Kulturwandel, ja, und solche Sachen. Wie sind Sie da als Date vorgegangen? Weil ich kann nur eins bestätigen, wir stehen vor der Herausforderung, die Sie schon durchgegangen sind gerade, ja, und vieles von dem, was Sie angesprochen haben, da sind wir gerade so am Start. Ich finde das ganz spannend. Ich nehme auch vieles mit, aber die Frage für mich ist jetzt halt, auch jetzt so aus der Führungsriege und sowas, wie ist man da an die Führungskräfte herangetreten, weil die müssen ja letztendlich die Mitarbeiter ja auch mitnehmen auf diesem ganzen Weg. Also das war in der Tat ein spannender, zeitlicher Zusammenprall verschiedener Themen. Sie haben gesagt, der Umzug war bei Anfang Corona und bei uns war es so, dass wir Ende 2019 bereits unsere Organisation verändert hatten und auch das Thema Führung verändert haben. Das heißt, wir hatten früher klassische Führungskräfte, die sich um Fachliches und Personal und Prozesse gekümmert haben. Und je agiler man im Unternehmen arbeitet, merkt man, dass man irgendwann diesen drei Themen nicht mehr gerecht werden kann als einzelner Mensch. Und meistens ist es dann so, dass man sich ums Fachliche kümmert und der Mensch so ein bisschen hinten runterfällt oder man sich um die Menschen kümmert, wenn man halt Zeit dafür hat. Das heißt, wir haben Ende 2019 entschieden, die Rolle der Führungskraft zu fokussieren. Das heißt, wir haben eine Führungskraft, die sich um die Menschen kümmert, also ein People-Lead, wenn man so möchte und eine Führungskraft, die sich um das Fachliche kümmert, die aber keine Direktberichtenden hat. Also ein Product Owner, würde man jetzt in der IT sagen. Und dazu gibt es an manchen Stellen noch agile Coaches oder Scrum Master, die praktisch die Teams im Prozess unterstützen. Und wir haben diese Organisationsänderung im Februar 2020 eingeführt. Und das Spannende ist tatsächlich, dass ich im Nachgang glaube, dass uns das massiv geholfen hat, überhaupt diese Zeit der Pandemie hinzubekommen. Weil natürlich gab es ganz viele menschliche Themen, also wie organisiere ich meine Arbeit, was mache ich mit meinen Kindern, kann ich auch anders arbeiten. Dafür waren dann diese Führungskräfte, Personal, wo man am Anfang so ein bisschen gelächelt hat, sind es die, die jetzt nur noch Kaffee trinken mit den Leuten. Da hat man plötzlich gemerkt, welchen Mehrwert das bietet, wenn es Menschen gibt, die sich wirklich um die Menschen kümmern können, auch um deren berufliche Weiterentwicklung. Genauso die Menschen, die sich dann ausschließlich aufs Fachliche konzentrieren konnten. Ich habe es vorhin gesagt, da kam dann hier eine Änderung und Kurzarbeitergeld, Sachen, die es seit zehn Jahren in dem Ausmaß nicht mehr gab, die plötzlich da waren. Und das hat uns massiv geholfen. Und ich persönlich bin Fan dieser Rollenfokussierung. Das ist schwer und das tut echt weh und das ist massiv schmerzhaft. Aber es ist aus meiner Sicht ein guter Weg und wir sehen auch, dass im Mittelstand sich das plötzlich immer mehr breit macht. Wir haben ja viel Kontakt in Steuerkanzleien und da sehen wir auch, dass plötzlich die Partner merken, dass sie vielleicht nicht die besten Personalführungskräfte sind, sondern dass es andere gibt, die das vielleicht einfach besser können und da auch Lust drauf haben. Und das ist, glaube ich, was uns geholfen hat. Ob das ein Modell für andere ist, muss man sehen, gibt es bei anderen Unternehmen auch. Das ist aus meiner Sicht was, was hilft. Und da kann ich natürlich diese Führungskräfte, die sich um die Personalthemen kümmern, auch ganz anders unterstützen, auch aus Seiten HR. Und kann nicht mehr sagen, das ist so ein personaler Thema und da müsst ihr euch drum kümmern, weil das wird nicht funktionieren. Darf ich dazu noch eine weitere Frage stellen? Bei diesem Wechsel, da hat der Fall das finanzielle und arbeitende Führungskraft, ja, wie war jetzt mal aus dem Nikes der Spannungsbogen nach dem Motto, ja, also Fachlichkeit, ich erzeuge den Mehrwert, ja, sage ich jetzt mal, da kann man es messen, ja, und disziplarisch, ja, ich bin ja für die Personalressourcen. Also ich denke mal, da war sicherlich irgendein gewisser Spannungsbogen und Sie haben ja gesagt, on the long run haben Sie gesehen, dass die HR-Leute ja letztendlich doch zu dem Profit beigetragen haben, weil sie die Leute dabei gehalten. Wie war so die Ramp-Up-Phase? War denn dann diese Spannung und wie sind Sie damit umgegangen? Also es war eine Spannung und wir haben ein Kunstwort geschaffen, wir haben gesagt, das ist ein Tridem, also es sind ja drei Führungskräfte, wenn man so möchte, wenn man noch den agilen Coach dazu nimmt oder einen Scrum Master und wir haben praktisch den Tridems gezeigt, wie sie idealerweise zusammenarbeiten. Das hat bei manchen besser funktioniert, bei manchen schlechter und in der Tat war es so, dass am Anfang waren so die fachlichen Rollen, die die alle haben wollten und das Fachliche ist das Coole und damit ist man sichtbar und das ist wertvoll und das Witzige ist aber, dass jetzt man in den Personalführungsrollen eigentlich schneller Karriere machen kann. Und das ist ganz spannend, also es hat sich verändert, ja, es ist immer die Frage, welchen Wert gebe ich auch, welche Sichtbarkeit gebe ich auch, also habe ich Management-Treffen, wo ich dann nur die Fachlehrer irgendwas vortragen lasse, ja, also da muss man auch als Unternehmen wirklich aufpassen, dass man diese Wertigkeit erzeugt und es funktioniert auch bei uns nicht alles perfekt, ja, also es gibt auch Stellen, da funktioniert es besser und funktioniert es schlechter. Wir haben auch immer wieder Wechsel zwischen den Rollen, weil man schon einfach merkt, Mensch, liegt mir das, liegt mir das für einen bestimmten Zeitraum und das ist auch gut so. Eine Frage noch und dann würde ich gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Ja, mein Name ist Karl Lüchow, ich bin Designer und arbeite für die Zukunft der Arbeit, arbeiten wir dran und ich möchte ganz gerne mal den Fokus auf das Thema nämlich leben, Arbeitswelt von morgen. Wir reden doch von Homeoffice, Büro, das ist ja eigentlich Ist-Zustand, aber morgens ist es doch so, Grund der neuen Technologien, wir können doch arbeiten da, wo ich bin. Ich muss nicht zu Hause sein, ich kann am Strand liegen, ich kann im Bett liegen, ich kann auf einer Bergtour sein, sozusagen at the third place. Das heißt, ich arbeite da, wo ich bin und dass man jetzt mal versucht, Arbeit und Leben zu verbinden. Nicht immer dieses Work-Life-Balance, sondern Arbeit ist auch Leben, es gehört zu meinem Leben. Denn Arbeitszeit kann ja auch die Privatzeit bereichern, Privatzeit kann auch die Arbeitszeit bereichern. Das heißt, ich denke, wir haben neue Technologien, wo wir sagen, ich arbeite nicht mehr im Homeoffice, ich kann in einem Café arbeiten, ich kann sozusagen die Arbeitszeit mit meinem Leben verbinden. Ich glaube, das wird in Zukunft auch so sein. Und nicht mehr diese typische Trennung von 8 bis 17 Uhr bin ich der und der und von ab 17 Uhr bis 9 Uhr bin ich ein anderer. sondern ich glaube, auch ich arbeite ja so, ich arbeite, was ich im Hesperidengarten, ich arbeite am Wördersee, gerade wo ich bin. Gut, ich habe diesen Luxus, dass ich mir das so arbeiten kann. Ich weiß, das kann nicht jeder. Aber ich glaube, in Zukunft aufgrund der neuen Technologien, Computer, Smart Glasses, so die ganz neuen Möglichkeiten schaffen, werde ich Zukunft arbeiten, das in meinem Leben viel mehr integrieren, als sozusagen dritten Raum. oder ich nenne es einfach mal als Work Landscape. Ich kann im Wald arbeiten, ich kann da, wo ich bin und nicht mehr dieses Homeoffice oder Büro. Die Frage ist sogar, brauchen wir überhaupt ein Büro? Wenn ich mich mit Kunden treffe, ja, ich gehe in die Hotel One Bar und da treffe ich mich und da können wir sehr gut im 14. Stock Blick über Nürnberg über deren Zukunft diskutieren. Also, ich brauche kein Büro in dem Sinne, sondern ich arbeite, weil ich sage, mein Büro ist hier im Kopf. Das ist eigentlich eher mein wichtigstes Werkzeug überhaupt. Und ich denke, dass die Zukunft, wenn man wirklich von 2025, sagen wir mal, bis 2030, das kann man überblicken noch, diese Zeit, aufgrund der neuen Technologie wird sich die Arbeitswelt auch durch die KI komplett ändern. Es gibt nicht mehr die Diskussion Office oder Homeoffice. Ich arbeite da, wo ich bin. Und wenn ich am Strand liege, ich kann es. Oder auf Segeltörnen bin. Ich kann auch von da aus arbeiten. Ja, danke. Ich frage mich, ob Sie Gedanken lesen können, weil meine Abschlussfrage wäre genau in diese Richtung gegangen. Also, nicht wie sieht das Arbeiten von morgen aus, sondern wie sieht das Arbeiten von übermorgen aus. Also, beamen Sie sich alle mal ins Jahr 2040, würde ich vorschlagen, kurz die Augen zu machen. Und ja, wie werden wir dann arbeiten? Ich fange mal bei der Wissenschaft an. Also, in meiner Forschung bin ich es eigentlich gewohnt, eher mit Daten von Dingen, die bereits geschehen sind, zu schauen, was wir da für Schlüsse drauf tun. Extrapolieren heißt das dann, glaube ich, oder? Extrapolieren. Natürlich werden wir auch immer, also, eins meiner großen Forschungsthemen ist tatsächlich auch, wie sich der Arbeitsmarkt an den technologischen Wandel, insbesondere die Automatisierung, anpasst. Und wenn ich da meine Ergebnisse vorstelle, dann kriege ich immer gesagt, ja, aber dieses Mal wird es anders. Wenn die KI den Arbeitsmarkt umkrempelt, dann wird es tatsächlich Massenarbeitslosigkeit zum Beispiel geben. Das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber es ist schwierig, wirklich in die Zukunft zu schauen, weil meistens so Prognosen, es wird irgendwas geben, was so disruptiv ist, dass alles umgekrempelt wird, tue ich mich schwer daran zu glauben, weil es in der Vergangenheit eben auch nie passiert ist. Das heißt, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass wir wirklich komplett unabhängig vom Büro sind, um persönliche Interaktionen machen zu müssen, dass wir keine Arbeitsmittel mehr brauchen, wie wir sie bis jetzt gewohnt sind. Mein erster Gedanke an Ihren Beitrag war, im Hesperidengarten oder im Café gibt es keinen höhenverstellbaren Schreibtisch und auch keinen großen Monitor, den ich aktuell noch vermeine. Mein armer Rücken. Herr Dolz, ein bisschen Science Fiction von Ihnen, bitte. Fällt mir auch schwer, muss ich gestehen. Mit Prognosen liegt man meist falsch. Sie beraten jetzt nicht die Bundesregierung. Genau, also wenn ich eine Prognose wagen würde, dann würde ich sagen, wir kommen nicht in die Vor-Corona-Welt zurück, weil was wir schon in unserer Forschung sehen, es gibt eine große Präferenz Heterogenität. Also es gibt Menschen, die mögen das Homeoffice sehr und es gibt Menschen, die arbeiten lieber im Unternehmen. Und ich glaube, dass ich deswegen, das wäre jetzt meine Prognose, einfach verschiedene Modelle in irgendeiner Form in Zukunft etablieren werden. Wir werden nicht in diese starre Präsenzkultur fünf Tage im Unternehmen, denke ich, zurückgehen, zumindest nicht in der breiten Masse. Es werden sich verschiedene Modelle durchsetzen und das ist vielleicht auch gut so. Also weil letztendlich, wenn man seine Präferenzen sozusagen verwirklichen kann, wenn ich gerne fünf Tage die Woche im Unternehmen arbeite, dann finde ich vielleicht ein Unternehmen, in dem ich das umsetzen kann. Und wenn ich gerne zwei, drei Tage die Woche von zu Hause arbeiten kann, ist es super, wenn ich ein Unternehmen finde, wo ich das umsetzen kann. Und insofern, ich glaube, es gibt sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch auf Seiten der Angestellten unterschiedliche Präferenzen. Und genau, wir Ökonomen sprechen da von Matches. Und insofern glaube ich, dass es eine gewisse Vielfalt in Zukunft geben wird. Frau Panger, wie wird es denn bei Ihnen im Unternehmen im Jahr 2040 aussehen? Also ich schließe mich erst mal Ihnen an. Es gibt die unterschiedlichen Präferenzen, es gibt auch jetzt schon die Third Places. Also bei uns ist Homeoffice synonym. Also man kann auch aus einer Niederlassung oder auch aus einem Kaffee, wenn es die Tätigkeit zulässt und auch der Datenschutz zulässt, jetzt auch schon arbeiten. Ich glaube tatsächlich, dass das definitiv bleiben wird. Also ein Hybridansatz wird bleiben. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Art der Arbeit komplett ändern wird, weil die Frage ist nämlich, welche Bindung habe ich noch an den Arbeitgeber, wenn ich von überall aus arbeiten kann? Wir sehen ja auch jetzt, dass die Generation Z oftmals auch nur in Teilzeit für einen Konzern beispielsweise arbeitet und nebenbei als Coach tätig ist oder oder. Also man spricht auch teilweise von Arbeitnehmer-Ecosystems. Also habe ich überhaupt perspektivisch, weil wir sprechen ja von 2040, überhaupt noch den einen Arbeitgeber? Also ist das überhaupt noch ein Modell, das es in Zukunft geben wird? Oder arbeite ich nicht vielleicht einen Teil meiner Zeit? Auch die Frage ist, ist Zeit überhaupt eine Währung gegen Geld oder ist das nicht ein Ergebnis? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich das verändern wird, dass dieses, ich habe einen Arbeitgeber und bei dem bleibe ich möglichst lange, das glaube ich tatsächlich, ist kein Zukunftsmodell. Ja. wenn wir in Zukunft zusammenstellen, wir arbeiten ja nicht, wie es trennen wir hier. Wir sehen ja, dass die im Amt gestern und sagen, dass die Kranken in den nächsten Jahren jeder werden. Ich glaube, wir werden in der Handwerkspflicht arbeiten, wir werden zusammenarbeiten, wir werden zusammenarbeiten, wenn wir bereit werden, wir werden in der Schule arbeiten, oder aber, wenn wir auch mal haben, als wir es schaffen, wie kann ein Konzertifizien, das wird im Leben überhaupt rausgehen, wenn wir die Niederlagen nur noch haben, zu neu treffen, dann wenn einer davon in New York ist, einer in Partiz, der andere in Afrika, wir arbeiten zusammen, mit einem Team, wie können wir dann die Identität schaffen, und wir werden das mit dem, und vielleicht noch eine Ergänzung, weil das wirklich ein Schmerz ist, den ich persönlich extrem habe und viele Unternehmen haben, wir schaffen es aktuell aufgrund gesetzlicher Regelungen nicht, innerhalb Europas übergreifend zu arbeiten. Also, wenn sie versuchen, so etwas wie Arbeit aus dem Ausland rechtskonform umzusetzen, das geht praktisch nicht, das ist total irre. Und wenn ich mir aber vorstelle, dass ich gerade im Bereich IT beispielsweise weiß, dass es in Spanien Menschen gibt, die arbeitssuchend sind, ich kann die aber entweder hier in Deutschland beschäftigen, oder ich muss eine Betriebsstätte dort gründen, was total idiotisch ist, die könnten auch einfach sich zuschalten. Das sind aber Dinge, die rechtlich einfach, ich sage mal, für Mittelstand zumindest unmöglich sind. Große Konzerne machen einfach ihre Betriebsstätten, dann ist das kein Problem. Und solche Sachen, rechtliche Rahmenbedingungen auch zu schaffen, dass wir diese Potenziale überhaupt nutzen können, auch richtig gut nutzen können, innerhalb Europas, um auch als Europa attraktiv zu sein, das wäre für mich eine Hoffnung, die ich für die Zukunft habe. So, Herr Schlag, Sie planen Ihre Projekte dann mit der Augmented Reality-Brille? Wie geht es bei Ihnen denn weiter? Ja, wir sind nur noch im Metaverse und freuen uns, dass wir keine Müll mehr schleppen müssen. Wir schieben die nur noch einen Computer in und her. Nein, aber als Unternehmen mit 125 Millionen mit der Einrichtung von Räumen und davon 60 Prozent im Büro, ist das für uns natürlich ein Herzschlag-Thema. Und ich bin auch im Beirat und diese Zukunftsszenarien liebe ich, wir malen die auch, wir malen sogar noch viel Schlimmere und kommen aber in der Summe dann trotzdem auf das Ergebnis, so schlimm wird es nicht kommen. Wir glauben nicht dran, weil die Arbeit auch etwas Sinnstiftendes ist. Und ich mache immer gerne Beispiele, wenn ich an eine Beziehung denke, wenn ich jetzt eine Beziehung, also ich jetzt mit einer Frau hätte und ich sehe die nie, wie lange wird die funktionieren? Länger. Hängt jetzt von den Erfahrungen ab. Aber wie sinnstiftend ist das, wenn ich dann vor allem auch noch Nachwuchs haben will, dann wird es schon schwieriger. Und auch das Thema, warum will ich denn Menschen ins Haus bringen? Also es gibt ja auch Wissenschaft darüber, wann entsteht denn Kreativität? Wann ist man kreativ? Und wann ist kreativ, wenn man sich mit anderen Menschen trifft, wenn man ein Thema bespricht und wenn man dann ganz etwas anderes tut. Und dann kommen plötzlich Ideen und dann brauche ich wieder meinen Partner. Also es gibt genügend Gründe, warum es Sinn macht, sich zu treffen. Ich bin schon bei Ihnen, dass man sagt, ja, das kann sich ändern, das kann auch vielleicht für verschiedene Unternehmen sein, aber es wird diese Begegnungsparte geben, weil Arbeit nicht nur Arbeiten ist. Arbeit ist nicht nur Geld verdienen. Arbeit ist auch soziale Interaktion. Ich möchte mit Menschen intim sein. Ich möchte etwas Sinnstiftendes tun. Ich möchte gemeinsam feiern können, weil wir erfolgreich sind. Und das ist die Führungsaufgabe und das ist die Aufgabe der Unternehmen. und daran glauben wir als Designfunktion gruppenweit, dass das sich verändern wird, aber dass das sich eher verstärken wird und man eher vielleicht genauer hinschaut, was tut man. Wir kommen aus einer Welt, wo wir Arbeit über einen Schreibtisch definieren und alles, was wir tun, tun wir an diesem einen Schreibtisch und wir lernen gerade durch Homeoffice, durch andere Dinge, durch Third Places und so weiter, dass es eigentlich auch anders geht und dass wir damit eigentlich viel Positives bewirken können, wenn wir es richtig tun. Und deswegen bin ich für das Jahr 2040 zuversichtlich, dass wir auch uns noch begegnen werden und vielleicht machen wir noch mal eine Podiumsdiskussion. Weiß ich nicht, ob ich da noch... Aber gut. Genau, also ich glaube, da gibt es dann auch noch viele Themen für einen Austausch in dem Teil, der nach dieser Podiumsdiskussion angedacht ist. Ich würde an dieser Stelle mal einen Cut machen. Ich glaube, man könnte noch über ganz viel sprechen, aber wir haben auch schon ganz viel angesprochen und haben das Thema eingekreist, soweit es geht. Noch nicht so viel in die Zukunft geschaut, wie sich der eine oder andere vielleicht gewünscht hätte, aber wir bleiben weiter dran an dem Thema, würde ich sagen. Ich möchte mich noch mal ganz herzlich für die Gastfreundschaft hier in der IHK bedanken und danke natürlich auch den Panelistinnen und Panelisten für ihre kompetenten Beiträge. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Diskussion gleich noch weitergeht, denn es gibt, und das vergesse ich nicht, noch einen Empfang im Untergeschoss, zu dem die IHK, Herr Raab, Sie alle herzlich einlädt. Sie möchten das Mikro noch mal einen Moment. Stopp! Ja, zuallererst einen Veranstaltungshinweis. Mobiles Arbeiten im Ausland, das Webinar bieten wir am nächsten Mittwoch um 9.30 Uhr an. Tipp kam von unserem Personalchef Michael Fischer, der uns den Referenten vermittelt hat, und da können wir unmittelbar anknüpfen. Ich habe den Zugang natürlich jetzt nicht dabei, aber googeln Sie mal bei uns auf der Homepage, wenn Sie sich für das Thema interessieren, dann können wir Ihnen auch da hoffentlich den einen oder anderen Tipp geben. Der zweite Satz, einen ganz herzlichen Dank an das IFO-Institut als wunderbaren Partner für die Veranstaltung, an Sie alle für Ihr Kommen und Ihren Input. Das war deutlich mehr, glaube ich, als ich mir erwartet hatte, und ich denke, insofern ist es bloß verdient, dass wir jetzt sagen, jetzt treffen wir uns im Foyer beim kleinen Imbiss zum weiteren Austausch zum Netzwerken. Dankeschön. Applaus 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 Applaus